Wir begrüßen heute ganz herzlich zur Podiumsdiskussion der AG Geldordnung und Finanzpolitik den Jörg Buschbeck, der uns heute ein paar Ausführungen zu seiner Analyse der volkswirtschaftlichen Problematik, insbesondere der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Saldenmechanik von Wolfgang Stützel darstellen wird. Es gab im Vorfeld bereits eine einstündige Videobotschaft, die er an uns geschickt hat. Die als Vorbereitung für dieses Grillen hier stattgefunden hat und mit diesen Worten übergebe ich an Jörg. Ja hallo, schönen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe der eine oder andere hat das Video schon mal gesehen, wo ich noch ein bisschen Arbeit gemacht habe, um euch auf die Vielzahl der Themen einzustimmen, die es eigentlich gibt. Und wir haben ja heute nicht die Zeit und wollen die Dinge ja auf den Punkt bringen und vor allen Dingen die Nachfragen, die ihr habt. Und mir ist nur ein Thema sehr wichtig. Ich bin natürlich heute eingeladen mit dem Schwerpunkt Saldenmechanik. Und mein Thema ist aber ja mit der Guthabenkrise, da hängt ja was zusammen, nämlich die Verdrängung von Problemen. Also die eine Sache ist ja immer, dass man Probleme erkennt. Und die andere Sache ist ja die, dass man sie gesellschaftlich irgendeiner Lösung zuführen kann. Und das habe ich ja auch schon versucht mit dem Video klar zu machen, dass das eine Aufgabe sein könnte, die generell, sage ich mal, in das Bild passt, was eigentlich eine Piratenpartei leisten könnte, wenn sie diese Strukturen der Verdrängung quasi besser versteht. Und das ist ja auch, die Guthabenkrise ist quasi ein Musterbeispiel für solche Verdrängung und wie man damit umgehen müsste, um die Probleme, die daraus resultieren, dann quasi lösen zu können. Insofern liegt das Thema nahe, diesen Mechanismus der Verdrängung da auch anhand diesen Beispiels der Guthabenkrise eben zu erläutern. Und weil das dann sicherlich auch viel mit der Diskussion im Zusammenhang steht, die wir dann dazu führen möchten. Und deswegen habe ich den Beitrag ja auch den Film genannt, Guthabenkrise und Piratenkrise. Es ist ja offensichtlich, dass auch die Piraten im Moment eine gewisse Krise haben. Und aus meiner Außensicht, ich bin ja kein Parteimitglied, ist es ja so, dass ihr irgendwann mal angetreten seid und fertig machen zum Ändern. Und ich fand den Slogan total geil. Und dann muss man ja an irgendeiner Stelle, und dann war es irgendwo so, wie wir das machen, das sagen wir euch später mal. Und so richtig habt ihr diese Wie-Ändern-Frage bis heute noch nicht beantwortet. Oder besser gesagt, diese Antworten, die gegeben wurden im Sinne von Transparenz und Basisdemokratie, die sind zwar wichtig, aber eben nicht ausreichend, um diese Gesellschaft wirklich zu verändern, zumindest mal aus meiner Sicht. Und ich möchte halt auch dieses Thema Guthabenkrise als Beispiel euch für eine andere Art darstellen, wie man mit Problemen umgehen kann. Und das ist ja was, was ich auch in einem Film dargestellt habe, wer eine gesehen hat. Ich habe ja verschiedene Menschen, die mich inspiriert haben. Und im letzten Jahr war das dieser Rüdiger Dahlge, was für einen verkopften Menschen wie mich was total Ungewöhnliches ist, weil der eben, ja, würde man so als Esoteriker bezeichnen. Und der hat aber so ein generelles Lösungsmuster, nämlich dass jede Krise eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, dass irgendetwas gesellschaftlich verdrängt wird. Und dass es dann eigentlich immer die Nerds, die Querdenker sind, die dann auch so eine Verdrängung auch erkennen können. Und dass man also quasi, indem man das Verdrängte eben nicht wegdrückt, sondern indem man es integriert dann zur Problemlösung kommt. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, wie man vielleicht auch mal zu so einer Art Elevator-Pitch für die Piratenpartei auch kommen könnte. Wir sind die Problemlöser-Partei, weil ich glaube, das ist genau das, was die Menschen wollen, dass wir eine Partei haben, die in der Lage sind, die Probleme zu lösen. Und das kann man eigentlich eben auf drei Dinge bringen, nämlich dass wir sagen, okay, wenn eine Krise ist, dann ist nicht die Frage, was ist gut oder was ist schlecht, sondern die Frage ist, was verdrängen wir denn eigentlich? Und das, was wir verdrängen, das müssen wir erkennen. Und das dürfen wir eben dann nicht wegdrücken, sondern wir müssen es irgendwo integrieren. Und da ist das Ding, was wir Schuldenkrise nehmen, ein ganz wunderbares Beispiel. Wir versuchen das mit einem Gesetz der Schuldenbremse quasi noch stärker zu verdrängen. Wir versuchen zu beschließen, dass es keine Schulden mehr gibt, obwohl das eben mit den Guthaben eins zu eins zusammenhängt. Und diesen Zusammenhang wollen wir aber nicht sehen, den wollen wir verdrängen. Und je stärker wir den verdrängen, und die Schuldenbremse ist ja dann lustigerweise der Sargnagel, der die Sache zur Eskalation bringt. Also das ist ein ganz wunderbares Modell dafür, wie man mit einer anderen Art von Politik eben nicht in der Polarisation, sondern in der Integration eben zu anderen Ergebnissen kommen könnte. Und das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, auf dieses Generalisierungsmuster einfach nochmal hinzuweisen, weil ich der Meinung bin, dass das für die Piraten sehr schön passen würde. Und wer den Film gesehen hat, der hat vielleicht auch gesehen, wie mein Erkenntnisweg war von der Freiwirtschaft irgendwo. Da habe ich gesehen, okay, die verdrängen auch irgendwas, nämlich dass die Freiwirtschaft baut genauso wie die Monetative von Huber heute noch auf der Vorstellung der Tauschwirtschaft auf. Und daraus ergeben sich diverse Fehlschlüsse dann auch in der Sache, wie man dann argumentiert und auch wie man konstruiert. Dann habe ich vorgestellt, den Martin, den Tutor aus dem Gelben Forum, der mir das klar gemacht hat irgendwo, dass Wirtschaften nicht tauschen ist. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und dieser Mann ist aber auch der Vater des Gedankens vom fehlenden Zins. Das ist der Martin gewesen, der diesen Quatsch in die Welt gesetzt hat. Also der Wirtschaften ist eben kausal vorfinanzieren und weil beim Vorfinanzieren Zinsen anfallen. Deswegen müssen wir alle sterben, weil der Zins eben kausal quasi fehlt im System. Und das ist natürlich ein großer Blödsinn, weil wenn wir den Zins konsumieren oder investieren, dann fehlt er natürlich nirgendwo. Und das sind also immer wieder die blinden Flecken, die ein System hat. Es gibt eben blinde Flecken der Freiwirtschaft. Also quasi diese Schatten, die gibt es quasi beim Martin. Und der Stützel war dann wieder der Analytiker, mit dem man diese Sachen erklären kann. Aber der hat natürlich dann wieder den blinden Fleck wohl irgendwo gehabt, dass ihn keiner verstanden hat. Und ist natürlich auch immer so ein bisschen mein Problem als verkopfter Mensch, dass man Schwierigkeiten hat, irgendwo verstanden zu werden. Aber mir haben schon viele Leute bescheinigt, dass sie bei mir mal einen seitenmechanischen Satz verstanden haben, den sie halt beim Stützel im Buch eben irgendwo nicht rauslesen konnten. Und das ist also ein generalisierender Lösungsansatz, wo man dann sagen kann, okay, weder der Staat ist schlecht, noch der Markt ist schlecht, noch die Freiwirtschaft ist schlecht, noch die Monetative ist schlecht und der Kapitalismus ist nicht schlecht. Sondern alle diese Sachen muss man aufhören, irgendwo in einen gut-bösen Raster zu pressen. Sondern man muss erkennen, was ist denn die zweite Seite? Was ist denn der Schatten der Geschichte? Und dann kann man sagen, man macht eine Monetative, die überwindet ihre Schatten. Man macht einen Kapitalismus, der überwindet seine Schatten. Man macht eine Freiwirtschaft, die ihre Schatten überwindet. Und man kann das alles sehr sinnvoll kombinieren. Aber das Problem ist, dass diese Schatten halt für uns emotional sind. Dass wir also immer, wenn unsere Schatten angesprochen werden, dann reagieren wir emotional. Und das ist ja das, was ich auch versucht habe zu transportieren. Ich habe früher Maschinen repariert. Und die meisten davon waren aus meiner Sicht viel komplexer als die Zusammenhänge, die in diesem Kapitalismus gelten. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen war einfach nur, dass man an die Maschinenreparatur einfach sachlich-rational rangegangen ist. Und wenn wir an die Kapitalismusreparatur rangehen, dann tun wir das also immer völlig emotional. Dann werfen die Liberalen den Linken das Staatsversagen vor. Und die Linken werfen den Liberalen das Marktversagen vor. Und eigentlich ist es ja genau so, dass immer der Gegner den Schatten sieht. Und ein sehr interessanter Ansatz in dem Zusammenhang ist die Frau Wagenknecht. Die Frau Wagenknecht hat sich ja quasi den Orto-Liberalismus jetzt genommen. Also hat quasi dort etwas Integrierendes gemacht, auch von ihrer linken Position aus. Und dieses Buch kann ich also schwer empfehlen. Freiheit statt Kapitalismus. Wo man dann solche Synthesen hinbekommt, indem man einfach auch mal über seinen Schatten quasi springt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die aus meiner Sicht sehr gut eben auch zu den Piraten passen würde. Dass sie also quasi sich definieren kann als Problemlöser Partei, indem sie aus dem Gut-Böse-Denken ausbricht, hin zu im Denken, was ist denn eigentlich der Schatten? Was haben wir denn eigentlich übersehen? Und nicht, was ist gut, was ist böse? In diesen Kategorien zu denken, hilft uns einfach überhaupt nicht weiter. Und das wäre mein Wunsch an die Piraten, dass sie also eine Integrationspolitik statt einer Polarisationspolitik betreiben, die wir heute überall sehen. Und das wäre die Definition von nützlicher Politik aus meiner Sicht. Das mal zu dem grundsätzlichen Statement. Und wenn ich die Themen nochmal zusammenfassen möchte, die dann heute sicherlich in der Diskussion eine große Rolle spielen, dann fällt mir immer wieder auf, dass eben der Hauptnutzen der Seitenmechanik eigentlich ist, dass die richtigen Sachen quasi auseinandergehalten werden müssen und die richtigen Sachen quasi zusammengebracht werden, dass also die richtigen Definitionen gefunden werden müssen. Und aus meiner Sicht auch ein Großteil der Diskussionen, die geführt werden, auch in der AG-Geldordnung, die haben ihr Missverständnis daran, dass man nicht zwischen Kaufen und Bezahlen unterscheidet. Also wenn wir eine Staatsverschuldung haben, dann hat das was damit zu tun, dass der Staat mehr kauft, als er verkauft. Und diese Kaufüberschüsse, die sind logischerweise identisch mit den Verkaufsüberschüssen der Privaten. Das hat aber überhaupt nichts mit Geld zu tun. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir Geld nennen. Da geht es zwar um Geldvermögen, nämlich Forderung gegen Nichtbanken, aber diese Unterscheidung in der Seitenmechanik zwischen Geldvermögen, wo also diese Geldvermögensoperationen, die Kaufoperationen sind, wo sich also immer nur Forderungsbestände gegen Nichtbanken verändern. Ich habe also in dem Film das Beispiel, wo diese Frau ins Regal greift und ein Waschpulver oder was sie da nimmt und legt das in ihren Einkaufskorb. In diesem Moment macht sie Schulden. Das ist ganz wichtig zu begreifen. Verschuldung ist ein Kaufprozess. Und deswegen muss ich nicht anfangen, dass ich die Seitenmechanik versuche, irgendwo mit Zahlungsmittelprozessen zu verknüpfen, um dann irgendwo zu sagen, ich muss die Seitenmechanik darüber beweisen oder infrage stellen, dass ich da irgendwo über Zahlungsmittelvorgänge spreche. Das hat miteinander nichts zu tun. Die Geldvermögensvorgänge sind Kaufvorgänge. Und das ist also etwas, was man sicherlich erst mal verstehen muss, was eigentlich trivial ist, was aber immer wieder durcheinander geworfen wird. Schulden macht man nicht, wenn man einen Kredit aufnimmt. Wenn ich also einen Kredit aufnehme, dann habe ich, solange ich damit keinen Kaufüberschuss mache, habe ich keine Schulden. Sondern die Schulden habe ich, wenn ich mehr kaufe, als ich verkaufe. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der nicht beachtet wird, wo ein Großteil der Missverständnisse aus meiner Sicht daraus fungiert. Soweit mal zur Einleitung. Dann möchte ich gleich auf den Punkt eingehen, den du ja mit deinem Namen auch schon andeutest. Und zwar, dass du den Begriff Guthabenkrise siehst. Du siehst also quasi die Guthabenkrise als den notwendigen Gesenposition zu der Schuldenkrise. Dass wir einfach sagen, der Schatten der Schuldenkrise ist die Guthabenkrise oder vielleicht eher umgekehrt. Und das verursacht die Problematik, weil wir eben versuchen, einseitig an der einen Problematik was zu lösen, ohne die andere überhaupt auf dem Schirm zu haben. Sehe ich das richtig? Genau das ist das Thema. Und deswegen ist also auch die theoretische Durchdringung das eine. Und die andere Frage ist, wenn es keiner hören will und keiner in sein Bewusstsein lassen möchte, dieses Thema, dann die Frage kam ja gestern Abend auch bei euch auf. Wo ist dann der Nutzen, was wir hier machen? Und deswegen denke ich, muss man da auch einen Schritt weiter denken, um diese Blockaden quasi auch mit zu bedenken, die da einfach bei den Menschen existieren. Und die Guthabenkrise, das ist hochemotional. Das habe ich auch beschrieben in dem Film, dass dann alle vier Punkte, die die Menschen emotional berühren, es widerspricht scheinbar dem gesunden Menschenverstand, weil natürlich in einem Einzelhaushalt die Geldvermögen steigen, wenn ich Geld spare. Dass das also im Globalsatz, in der Saldenmechanik für die Gesamtwirtschaft genau umgekehrt ist, das widerspricht erstmal dem gesunden Menschenverstand, weil ich das nicht in der Schule gelernt habe. Dass die Erde eine Kugel ist, das weiß ich heute, weil ich in der Schule habe ich ein Bild von der Erdkugel im Schulbuch. Und ich habe aber nicht in meinem Grundschulbuch, dass die Zusammenhänge, die für die Gesamtwirtschaft gelten, genau das Gegenteil aussagen, wie die Zusammenhänge, die herrschen, wenn ich auf meinen Einzelhaushalt schaue. Und an dieser Geschichte krankt halt die gesamte Volkswirtschaft, wobei mir Leute, die Volkswirtschaft studiert haben, ich gehöre dazu ja nicht, glaubhaft versichert haben, dass man das da lernt, aber dass die Leute das dann anwenden, später in ihrem Berufsleben. Das kann man also nicht erkennen. Ansonsten wären wir nicht in der Situation, in der wir sind. Also selbst Leute, die das in ihrem Studium scheinbar erlernen, wenden es später nicht an, weil selbst die das in ihre Verdrängung schieben. Ja, erklär doch noch mal ganz kurz, was unter Guthabenkrise zu verstehen ist. Guthabenkrise führt de facto dazu, dass eben immer noch quasi Geld gespart wird, obwohl die Unternehmer keinen wachsenden Kreditbedarf mehr haben. Und wenn man dann nicht vorausschauend quasi Verschuldung organisiert, entweder als Staatsverschuldung oder als Verschuldung schlechter Kreditnehmer. Das ist ja das, was wir erlebt haben als Subprime-Krise. Und die Subprime-Krise wird uns ja quasi als Ursache dargestellt. Und die ist aber nur die Folge, dass wir quasi diese Verschuldung gebraucht haben. Wir sind heute in der Situation, dass wir für unsere Sparer keine solventen, freiwilligen Privatschuldner einfach mehr haben. Und wir wollen dieses Thema aber nicht diskutieren. Und da wir es nicht diskutieren wollen, bleibt für die handelnden Personen eigentlich die Frage übrig, machen wir Staatsschulden? Die haben wir aber auf verrückter Weise auch dämonisiert. Außer die Japaner, die da locker damit umgehen. Darüber werden wir halt auch noch sprechen. Oder verschulden wir eben die Privaten oder die ganz geniale, die deutsche Lösung. Wir verschulden das Ausland und zeigen dann mit dem Finger auf ihn, das ist dann die kurioseste Lösung und die auf den ersten Blick recht clever daherkommt, aber die dann eben uns dafür quasi im Kickback dann so richtig auf die Fresse werden wir dafür bekommen. Heißt das jetzt im Schluss quasi, dass wir unser Problem exportiert haben, indem die Verschuldung nicht mehr bei uns ist, sondern auf das Konto Ausland gelaufen ist in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, dass die quasi das kompensiert, was bei uns durch Staatsschulden jetzt an Privatvermögen nicht abgedeckt wird. Ja, und das kann man ganz einfach nachhalten. Schaut euch die Bundesbank, das ist ja der Witz, dass die Bundesbank Buchhaltung, die ist ja eins zu eins in Saltenmechanik, findet ja statt. Und wenn dieser junge Mann, der da an der Spitze der Bundesbank steht und nur einzelwirtschaftlichen Blödsinn erzählt, mal eine Etage Liefergänge in seine Buchhaltung, dann könnte er diese ganze Sache nachhalten. Also man kann quasi die Saltenmechanik in der Buchhaltung der Bundesbank, kann man die nachhalten, dass also die deutschen Staatsschulden identisch sind mit der Geldvermögensbildung der Privatsektoren minus die Exportüberschüsse. Und da wir eben zuletzt unsere Exportüberschüsse noch steigern könnten und unsere Geldsparung erfolgreich so verunsichern konnten, dass wir doch eine gewisse Sachwertflucht schon haben, aus diesem Grund hat Deutschland im Moment kaum Staatsverschuldung. Das ist die ganze Ursache. Gut, dann würde ich zum nächsten Thema mal übergehen, denn du führst ja auch verschiedene Lösungen an beziehungsweise ein Paket von Lösungen für die aktuellen Krisen. Ich gehe davon selber aus, dass es mehrere sind. Und du verwendest auch den Begriff Monetative als Lösung. Das macht auch Josef Huber, aber du verstehst unter Monetative ein bisschen was anderes als zum Beispiel jetzt der Verein Monetative.de. Könntest du uns mal kurz erläutern, worum es bei deinem Ansatz konkret gibt im Kontrast zum Ansatz der Monetative zur Vollgeldreform, zur Geldschöpfung in öffentlicher Hand beziehungsweise gegenüber zum 100% Money nach Irving Fischer? Ja, also der wichtigste Punkt ist erstmal der zu verstehen, dass der Kapitalismus halt zwar vielleicht im Partialsatz, also zwischen Einzelwirtschaften, mal noch als Tauschwirtschaft gesehen werden kann, aber eben nicht mehr im Globalsatz. Einfach, ich habe das versucht ja auch in dem Film darzustellen, 20 Jahre zwischen der Erzgrube und der Frau, die da mit dem Auto vom Hof fährt. Der Kapitalismus ist also tatsächlich eine Veranstaltung, wo es um das Thema Zeit geht. Ich muss die Zeit überbrücken und ich kann nicht erst die Leute in der Erzgrube bezahlen, wenn die Frau da im Auto vom Hof fährt. Das ist die Neandertal Economics, so habe ich es genannt, die Tauschwirtschaft. Dort ist das also möglich und diese Tauschwirtschaft ist immer noch das Gedankengebäude der klassischen Ökonomie und das ist also aus meiner Sicht ein Fundament, was völlig in die Irre führt und ihr habt ja den Graber glaube ich auch noch eingeladen, diesen Anthropologen, der da im NTV-Interview gesagt hat, dasselbe wie es Martin immer sagt, es gibt keinen historischen Beleg, dass es jemals eine Tauschwirtschaft gegeben hat, erst recht nicht eine Tauschwirtschaft, die dann mal zur Tauscherleichterung auf ein Tauschmittel umgestiegen ist. Das ist also eine frei erfundene Geschichte, die auf Adam Smith irgendwo zurückgeht und der Graber sagt auch, wir Anthropologen haben es immer wieder versucht, den Ökonom zu erklären, aber den hat ihr Gründungsmythos so gefallen, dass sie davon einfach nicht loslassen wollen und das ist natürlich extrem verwirrend und dieses Problem hat also auch die klassische Monetative, dass sie also noch auf dieser Vorstellung aufbaut, dass wir hier im Tausch unterwegs sind, dass es also um Tauschmittel geht und das irgendwo zuerst eingezahlt werden muss und dann Kredit gegeben werden muss und das geht ja rein logisch nicht, wenn das ganze System eine Vorfinanzierungsveranstaltung ist, dann ist es natürlich ganz logisch, dass am Anfang der Kredit stehen muss, um die Einkommen vorzufinanzieren und diese vorfinanzierten Einkommen, die quasi schon aus einem Kredit entstanden sind, die können dann gespart werden und dieses Sparen blockiert dann ja diese Kredit Tilgung und erhöht natürlich dadurch die Verschuldung, also Geld sparen erhöht die Verschuldung und das ist ja auch dieses Verwirrspiel, was getrieben wird, dass man also die gleichen, der Begriff Sparen ist heute Sachwertsparen und Geld sparen. Man kann natürlich genauso sagen, Sparen ermöglicht Investitionen, ja na klar, wenn es reales Sparen ist, wenn also real investiert wird, aber Geld sparen ist so, dass es also erstmal die Verschuldung erhöht und das muss nicht schlecht sein, also wenn wir uns quasi nach dem Krieg befinden, der ja regelmäßig dann, auf den es ja regelmäßig rausläuft in diesem Geldsystem, dann ist es so, dass ja alles zerstört ist und dann haben wir ja eine reale Knappheit und dann ist es also auch richtig gut, wenn es also einen Sparen gibt als Konsumverzicht, dann können tatsächlich dann Investitionsgüter geschaffen werden und heute befinden wir uns natürlich wieder in der Situation vor dem Krieg, wo wir eigentlich den Bedarf haben, wieder Nettoinvestitionen zu schaffen, indem wir wieder alles kurz und klein klopfen und da ist es natürlich genau andersrum, dann erhöht das Geld sparen quasi den insolventen Verschuldungsbedarf entweder von Staat oder von den Privaten und das erkennt die klassische Monetative aus meiner Sicht eben überhaupt nicht. Wie sieht es bei den anderen Sachen aus, wenn du die 100% Money-Vorschlag nach Irving Fischer dir anschaust beziehungsweise die Studie, die vom IWF in Auftrag gegeben wurde beziehungsweise von ein paar Leuten dort gestaltet wurde, The Chicago Plan Revisited, hat das die gleiche Problematik, die du gerade angesprochen hast? Ich denke, die ganze Ökonomie hat die gleiche Problematik, dass sie halt immer noch auf der Tauschökonomie aufbaut, daraus eben kolossale Fehlschlüsse zieht und man macht dann die hochkomplexesten Modelle, man baut also die hochkomplexesten Häuser auf einem Fundament, was nicht trägt und wundert sich, dass da überhaupt nichts dabei rauskommt und nochmal zu dem Begriff Monetative, auch warum ich den übernommen habe, die Frage habe ich ja noch nicht beantwortet. Monetative steht ja quasi als Begriff für eine unabhängige Staatsgewalt und insofern ist es logisch, den Begriff auch zu übernehmen, weil der Begriff ist gut und der beschreibt einfach auch das, was wir brauchen. Wir brauchen eine unabhängige Staatsgewalt, die also quasi unser ökonomisches, quasi unsere Stabilitätsgesetze garantiert und die muss also keineswegs in den einzelwirtschaftlichen Wettbewerb eingreifen. Das ist also ganz wichtig, weil dann geht da gleich schreit, das ist Sozialismus und das dürfen wir überhaupt nicht so sehen, sondern wenn wir sagen, wir haben eine staatliche Institution, die quasi eine Notenbank mit Steuergewalt wäre das aus meiner Sicht, die also auch wirklich was steuern kann und diese Institution regelt quasi das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, die greift also in keinster Weise in den einzelwirtschaftlichen Wettbewerb ein, das ist dann vielmehr der Weg, wie wir diese ganzen Subventionen und was alles heute alles so läuft, um irgendwo noch die Investitionen am Laufen zu halten, das könnte man im Gegentuch abschalten, also man könnte quasi fast einen ganz freien Kapitalismus machen, wenn man im globalen Wirtschaften diese monetative Behörde hätte, die also unabhängig für dieses Gleichgewicht sorgt und dann nicht mit irgendwelchen halbsozialistischen Methoden dann mit irgendwelchen Subventionen und was alles irgendwo immer riesen Fehlallokationen hat dann noch im Markt drin rum gepfuscht wird, wie wir das jetzt natürlich sehr schön erleben mit Umkehrschluss, ich bin ja in der Branche tätig, alternative Energien wie man einen Boom erzeugt und dann lässt man es alles wieder zusammenbrechen und es ist ja alles ganz gruselig, wo der Staat im Markt drin rum pfuscht, einzelwirtschaftlich, das geht immer schief und deswegen die Monetative, die zwar ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht darstellt, aber sich nicht an den einzelwirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnissen vergeht. Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Sparen. Deine Antwort war, das erhöht immer die Verschuldung, aber es ist ja gar nicht gewährleistet, selbst wenn das Geld ausgegeben wird, dass das Geld dorthin geht, wo auch die Schulden sind und das ist aus meiner Sicht der Denkfehler, wenn dem Sparen gewissermaßen so die Schuld gegeben wird und bezogen auf das Giral-Geld ist es ja so, das Giral-Geld hat zwar natürlich eine, ich sage mal, nominale Verbindlichkeit in der Bank, nur dadurch, dass es ja dauerhaft im System bleibt, ist es nicht wirklich eine Verbindlichkeit und das ist ja sozusagen Geld, das immer gespart wird, weil egal, wo ich es hin transferiere, irgendjemand hat es, hat es als Guthaben auf irgendeinem Konto und die zweite Ebene ist ja dann die, dass ich jetzt Forderungen, Verbindlichkeiten in Geld habe, die einen Termin in der Zukunft haben und das ist ja dann noch einmal zu unterscheiden von dem Giral-Geld. Die dritte Frage, die ich habe, du hast es nicht so direkt angesprochen, ich hatte immer versucht zu betonen, die Leistungsebene ist die Ursache für eine Verschuldung, sowohl im volkswirtschaftlichen Ebene als auch in Einzelunternehmen oder in privatwirtschaftlich. Wenn ich meine Leistungsebene, wenn die nicht ausgeglichen ist, dann hat es praktisch im Gegenzug dann die Finanzebene, bringt dann die Finanzebene also ein Gleichgewicht. Ja, danke. Also ich denke, es ist ganz wichtig, erst mal die Grundfrage zu klären, was ist denn überhaupt relevant und relevant sind die Pläne, Geldvermögen abzubauen, zu den Plänen Geldvermögen aufzubauen. Das ist die konjunkturrelevante Größe. Wenn also mehr Leute Geldvermögen aufbauen wollen, als Geldvermögen abbauen wollen, dann haben wir also einen Negativimpuls und umgekehrt. Das ist also die Grundlage und als nächstes müssen wir definieren, was ist denn Geldvermögen und das sind also ja alle Forderungen, also nicht nur die gegen Banken, sondern auch die gegen Nichtbanken. Das sind also die und ändern nun sich immer nur bei den Geldvermögensvorgängen, das sind Kaufvorgänge, da ändern sich immer nur die Forderungen gegen Nichtbanken. Und deswegen ist es auch müßig, da in irgendwelchen Diskussionen dann immer wieder auf die Zahlungsebene zurückzugehen. Also wenn wir über den konjunkturellen Bereich sprechen, dann geht es nur um die Pläne für Kaufüberschüsse und Verkaufsüberschüsse. Das hat mit Geld maximal indirekt zu tun, als dass ich sage, okay, ein Kredit kann dafür Bedingungen sein, dass ich also einen Verkaufsüberschuss mache. Aber das ist dann aber auch schon alles. Also man muss wirklich diese Dinge ganz sauber auseinanderhalten und das ist das, was Stützel macht, das habe ich auch erst nicht begriffen, der Unterschied zwischen Einnahme und Einzahlung und der Unterschied zwischen Ausgabe und Auszahlung. Weil auch die Volkswirte das nicht sauber auseinanderhalten, deswegen eiern die bei diesen Zusammenhängen zwischen Geldsystem und Ökonomie und Konjunktur eigentlich immer wieder rum. Und ich habe gestern noch einen Beitrag auch auf meinen Blog vorgestellt über das zweite Buch von Stützel, die Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft. Und das Buch ist noch anstrengender wie die Seitenmechanik und es hat wohl 350 Seiten und auf diesen 350 Seiten nimmt er nur diesen ganzen Kram auseinander, der aus diesen ganzen Fehlschlüssen entsteht, um dann eben auf fünf Sätze Konjunkturtheorie zu kommen und dann sieht man also, dass es völlig trivial ist. In Verkäufermärkten sind die Einnahmen gleich den Ausgaben und die Pläne quasi an Ausgaben, die bestimmen die Konjunktur und darauf hat das Geldsystem insofern einen Einfluss, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass also, wenn die Pläne einen Kaufüberschuss zu machen, also sich quasi zu verschulden, quasi größer sind, als die Pläne Geldvermögen zu bilden, dann ist das positiv für die Konjunktur. Aber mit Zahlungsmitteln und was ist auf welchem Konto und auch dein Argument, wenn das, es ist natürlich richtig, dass wenn einer sein Geld ausgibt und der andere spart natürlich dafür mehr, dann ist nichts passiert, dem würde ich zustimmen, aber das widerspricht auch nichts von dem, was ich sage. Könntest du gerade nochmal auf das Argument eingehen, Sparen erhöht die Verschuldung. Meines Erachtens der Umkehrschluss ist nicht richtig. Und zwar der Umkehrschluss, der sagt, selbst wenn das Geld ausgegeben wird, ist in keiner Weise gewährleistet, dass es dorthin fließt, der tatsächlich die Schulden hat. Sondern es kann praktisch sich kumulieren, dass nämlich derjenige dann noch mehr Geld kriegt, der meinetwegen das bessere Angebot macht und der so gar keine Schulden hat, siehe Apple. Das widerspricht sich nicht nur, wir sprechen wieder über zwei verschiedene Sachen. Du sprichst über zwei Wirtschafter oder drei oder eine Gruppe und ich spreche über quasi den Globalsatz, also die Summe aller Wirtschafter. Und wenn also oder eben die zwei Gruppen, Private und Staaten, das ist ja das Interessanteste. Und ich habe ja in dem Film gesagt, es gibt einen ganz klaren Satz, die Geldvermögen der Privaten, die Geldvermögenserhöhung der Privaten ist identisch mit der Verschuldung der Staaten. Und das ist eine Identität, man kann also daraus herleiten, in dem Maße, wie die Privaten ihre Geldvermögen in den nächsten Jahren erhöhen werden, genau um diesen Betrag wird die Verschuldung der Staaten steigen. Und dann kommt natürlich, ja, aber was ist denn jetzt, hängt nicht davon ab, ob er seine Rechnungen bezahlen kann, sondern nur, dass er Rechnungen da liegen hat. Also wenn die Privaten quasi mehr verkaufen, als sie kaufen, dann kauft der Staat mehr, als er verkauft. Das ist triviale Saltenmechanik und die muss ich nicht über den Umweg der Zahlungsmittelbetrachtung dann widerlegen wollen, weil das hat damit nichts zu tun. Wir sprechen nicht über Einzahlungsüberschüsse, sondern wir sprechen über Einnahmeüberschüsse. Und Einnahmeüberschuss bedeutet nicht, dass ich die Rechnung, die ich gelegt habe, an den Staat zum Beispiel schon bezahlt bekommen habe. Sondern in meiner Bilanz steht dann zum Beispiel eine Forderung gegen den Staat Griechenland als Unternehmer, die ich erst in einem halben Jahr oder vielleicht auch nie bezahlt bekomme. Trotzdem ist der Satz richtig. Und die ganzen Gegenargumente gegen die Saltenmechanik kommen immer aus der Ebene, dass man versucht, über Zahlungsmittelbetrachtungen den Geldvermögensvorgang Verschuldung quasi zu widerlegen. Und daraus entstehen ein Großteil der Diskussionen, die ich beobachte, entstehen genau auf dieser Ebene. Dann würde ich an der Stelle weitergehen und nochmal einmal konkret an dem Punkt nachhaken. Kannst du in einem Satz oder einer kurzen Ausführung kurz sagen, wo das fundamentale Problem mit der Monetative ist im Huber-Modell? Also wie gesagt, das grundlegende Problem aus meiner Sicht ist, dass es eben auf der Vorstellung einer Tauschwirtschaft aufbaut. Kurioserweise macht er ja dann quasi die Grundfunktion der Banken, dass sie quasi Forderungen monetarisieren, was eigentlich ihre volkswirtschaftliche Aufgabe ist. Das wird zum Problem erklärt. Also eigentlich die Funktion wird zum Problem erklärt. Aber der Witz ist ja, dass das, was zum Problem erklärt wird, von der Huber-Monetative auch nicht geleistet wird. Also sprich, wenn ich Geld, das ist ja, was wir als Geld heute akzeptieren und das ist, glaube ich, sein Schatten, was er verdrängt, das ist ja Geld. Eine Forderung gegen Bank ist Geld. Und wenn die Bank quasi, wenn ich auf der Bank Vollgeld einzahle, dann bekomme ich ja als Einzahler eine Forderung gegen die Bank. Dann habe ich also passive Geldschöpfung, auch mit Vollgeld. Und wenn die Vollgeldbank jetzt quasi einen Kredit gibt, dann entstehen ja auch wieder Forderungen gegen die Bank. Sodass also selbst das, was die Monetative eben vorgibt, zu tun, also zu sagen, ich verhindere die private Geldschöpfung. Das leistet sie gar nicht. Das leisten übrigens auch dieselbe Problematik wie mit den Goldgeld-Fans. Ich kann also sagen, A zahlt bei einer Bank ein. Die Bank gibt einen Kredit an B. B bezahlt seine Rechnung bei C. C zahlt wieder dasselbe Goldstück oder dasselbe Vollgeld. Zahlt also dasselbe Geldding wieder ein bei der Bank. Die verleiht es an D. D bezahlt seine Rechnung bei E. E zahlt es wieder bei der Bank ein. Die verleiht es an F. F bezahlt seine Rechnung bei G. Also ich kann das unbegrenzt spinnen. Also das, was die Gold-Bugs und auch was die Vollgeld-Leute eben überhaupt versprechen, dass man also quasi die Geldschöpfung dadurch reduziert, dass man irgendwo das Geld versucht zu verdinglichen. Das wird überhaupt nicht geleistet. Also auch Gold-Geld-System ist ein System, was mit Forderungen auf Gold arbeitet. Und ein Vollgeld-System nach Huber ist ein System, was mit Forderungen auf Vollgeld arbeitet. Das sind also auch wieder Täuschungen, die nicht zu Ende gedacht sind. Und diese ganzen Probleme kommen eben daraus, dass man diese komische Vorstellung von der Tauschwirtschaft hat. Ich stelle kurz eine Rückfrage. Und zwar im Prinzip sagst du nichts anderes, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als dass es egal ist, wo die Zahlen aufgedruckt sind. Ob das jetzt Gold ist, Papier oder sonst was. Weil es letztendlich immer einzelwirtschaftliche Geschäfte zwischen Leuten sind, die dieses Mittel zwar verwenden, aber das Mittel an und für sich hat nichts mit der Problematik von Schulden und Guthaben zu tun. Exakt. Also die Grundproblematik, dass wir also in dem System mit Schulden arbeiten müssen, das ist eigentlich auch der Schatten, den wir integrieren müssen. Das Schöne ist, dass der Kapitalismus mit frei vereinbarten Kontraktschulden diesen Zeitbedarf der Arbeitsteilung stemmt. Die Alternative dazu ist der Sozialismus, der die Leute versucht mit Losungen an der Wand und mit ideologischer Schuld in eine Richtung zu lenken. Und wir begeben uns freiwillig in diese Schuldverhältnisse. Wir machen, das betrifft ja nicht nur Unternehmer, wenn ihr einen Mietvertrag abschließt, geht ihr einen Schuldkontrakt ein. Wenn ihr einen Handyvertrag abschließt, geht ihr einen Schuldkontrakt ein. Also das ganze System funktioniert, Vertragsrecht ist Schuldrecht. Und das finden wir irgendwie nicht gut. Da bekommen wir Bauchschmerzen. Und weil uns das alles nicht gefällt, machen wir Tauschtheorie. Das ist also eine rein emotionale Geschichte. Uns stehen unsere Emotionen im Weg, quasi zu begreifen, dass Schulden nicht etwas prinzipiell Schlechtes sind, sondern dass es eigentlich die Grundlage unserer Wirtschaftsordnung sind. Und dass wir nicht sagen müssen, wir müssen die Schulden verdrängen, sondern wir müssen die Schulden in so ein System integrieren. Wir müssen das steuern, dass wir also gute Schulden haben. Das sind also typischerweise Schulden, die private freiwillig eingehen, die möglichst also auch noch mit Fändern besichert sind. Alternativ, wenn wir also gegen das Geld sparen nicht vorgehen wollen, wenn wir sagen wollen, okay, Geld sparen ist ein Menschenrecht, dann ist das auch kein Problem. Dann müssen wir eben sagen, wir machen aus dem Staat einen guten Schuldner. Und das macht uns ja Japan vor. Da gibt es ja so meinen Lieblingsökonom, den Co., der dann sagt, so what? Und das ist so. Die Staatsschulden werden erst zum Problem, wenn man sie zum Problem erklärt. Und dann werden sie aber ein richtiges Problem, weil sie dann in einem deflationären Crash führen, wenn man versucht also zu sparen, dass also der Staat versucht, seine Ausgaben zu kürzen und die Privaten auch gleichzeitig, dann geht das in die deflationäre Depression, dann kommt die Radikalisierung und dann knallt es halt irgendwann, dann werden irgendwann wieder radikale Führer gewählt. Dann braucht man nur in die deutsche Geschichte zu schauen, wie diese ganze Sache abläuft. Und wir sind jetzt wieder am Anfang so einer Entwicklung. Wir sehen das in Südeuropa, dass dieser deflationäre Crash also schon läuft. Und was wir brauchen, ist einfach eine gesellschaftliche Situation, eine gesellschaftliche Diskussion. Wie gehen wir mit dem Thema um? Wir haben Private, die wollen sparen in Deutschland. Wir haben für diese Leute keine Schuldner mehr. Und das Irre ist ja dann, wenn wir dieses Problem exportieren, ist das zwar eine kurzfristige Lösung, aber das fällt uns eben im Nachgang auf die Füße, weil wir ja dann die Schulden später wieder auf deutsche Staatsschulden umbuchen und haben quasi unsere Ware verschenkt. Wenn wir also für diese sechs, sieben, fast acht Prozent BIP, wo wir teilweise sind, in Deutschland uns eine Infrastruktur bauen würden, dann hätten wir zwar die Staatsschulden, aber dann hätten wir natürlich die Bombeninfrastruktur. So haben wir einen Haufen Ärger mit unseren Nachbarn, denen wir alles Mögliche quasi geliefert haben und buchen diese Lieferung quasi später im Zuge der alternativlosen Rettung auf deutsche Staatsschulden um. Und von den Herren Ökonomen, da sagt keiner irgendwas dazu, außer Flassbeck. Flassbeck ist ja eigentlich der Einzige, der auch unermüdlich gegen diesen Irrsinn quasi anschreibt. Und wir haben ja auch einen Stützelschüler im Sachverständigenrat, der das eigentlich auch wissen müsste. Und das ist eine große Enttäuschung. Und irgendwo geht der Wahnsinn immer weiter. Ich wollte darauf eingehen, dass Jörg vorhin gesagt hat, behauptet hat, dass Forderungen gegenüber Banken Geld wären. Das stimmt noch nicht, sondern das trifft nur auf täglich fällige Forderungen gegenüber Banken zu. Und der größte Teil sind ja Sparguthaben. Die sind nicht täglich fällig und sind eben auch kein Geld. Und deswegen hat er auch Unrecht, wenn er behauptet, dass in der Monetative oder bei 100% Geld die Giralgeld oder die Geldschöpfung der Banken nicht unterbunden werden können. Das ist einfach falsch. Die könnte auf jeden Fall unterbunden werden. Ich würde gerne mal den technischen Grund hören von ihm, warum das nicht möglich sein sollte. Denn wie gesagt, es sind nur täglich fällige Forderungen Geld. Also die Definition, was Geld ist, ist halt immer auch eigentlich, also das Wort Geld quasi querbeet zu verwenden, zum Beispiel auch gleichzeitig für Zahlungsmittel und Geldvermögen, ist eigentlich auch eine Grundursache, warum wir so viele Diskussionen führen und um Kaisersport streiten. Prinzipiell ist es so, dass Forderungen gegen Banken Geldvermögen sind und ich gebe dir recht, dass also nur täglich fällige Forderungen gegen Banken Zahlungsmittel sind und je nachdem, ich würde halt vorschlagen, dass wir auch unterscheiden zwischen Geldvermögensschöpfung und Zahlungsmittelschöpfung und meiner Meinung nach ist es aber auch so, dass auch die Zahlungsmittelschöpfung nicht verhindert wird, weil wir natürlich bei der Kreditvergabe ja genau eine täglich fällige Forderung gegen diese Bank entsteht. Das ist ja Sinn der Kreditvergabe. Alternativ müsste ja die monetative Bank so aussehen, dass man sagt, ich zahle das Vollgeldding ein und wenn die Bank das verleiht, ist es weg. Also sprich, ich habe gar kein Guthaben bei der Bank, sondern ich zahle also ein Vollgeld bei dieser Bank ein, also quasi die Bank macht das zum Beispiel auf Provisionsbasis, dass sie also mein Vollgeldding an den Kreditnehmer verleiht und es ist wirklich weg. Ich frage mich nur, wer es akzeptieren würde, sein Geld auf die Bank zu schaffen und es ist weg. Also das ist ja völlig, würden die Leute ja laut schreiend wahrscheinlich davonlaufen, wenn sie das hören würden, wenn ich mein Geld auf die Bank einzahle, ist es weg, weil die hat es verdient. Ja, stimmt wieder nicht. Es war einfach so kurz erklärt, dass die Nichtbank, die Vollgeld hat, also eine Forderung gegenüber der Zentralbank, dieses Geld der Zentralbank leidt. Dafür hält sie ein Sparguthaben, eine nicht täglich fällige Forderung gegenüber der Bank, die Bank hat dann die Forderung gegenüber der Zentralbank, das Vollgeld und kann das dann einem Kreditnehmer geben. Das ist doch eigentlich leicht zu verstehen. Ja, dabei entsteht dann eine Forderung gegen diese Geschäftsbank und das ist Geld. Das akzeptieren wir heute. Wir akzeptieren. Der Kreditnehmer erhält die Forderung gegenüber der Zentralbank. Ja, also man müsste sich den Vorgang jetzt wirklich nochmal genauer beschreiben. Da habe ich also auch noch nichts gefunden. Ich halte das natürlich auch nicht für wichtig, weil wir hier an einer Stelle diskutieren, wo gar nicht das Problem liegt, aber es sind dann auch wieder die Fragen, wenn der Mensch, der diese Forderung quasi gegen die Zentralbank hält, der will ja da vielleicht auch mal ran an die Geschichte. Also sprich, der würde dann wohl auch, wie soll das gedacht sein, dass also derjenige, ist ja dann das Gleiche, dann wäre es ja auch weg, sozusagen. Oder muss der dann haften, wenn der Kredit ausfällt oder wie stellt sich das dar? Wenn der Kredit platzt, ist dann das Guthaben weg des Einzahlers? Das Sparguthaben ist dann nicht weg. Nee, nicht automatisch. Ich glaube, der wichtige Punkt ist zu verstehen, wer ist kontoführende Stelle? Und zwar, wenn jetzt sind die kontoführende Stelle für unser Giraldgeld sind die Geschäftsbanken, würden aber die kontoführende Stelle, wäre das die Zentralbank, dann hätten wir natürlich genauso konnten. Es wäre gar kein Unterschied. Man könnte genauso seine Überweisungen machen, nur dann würde natürlich bei den Geschäftsbanken nicht mehr auseinanderfallen, nämlich Zahlungsmittel, das ist das Geld, das auf der Aktiv- oder Liquidität, das ist die Sorte von Geld, die auf der Aktivseite ist und nämlich Geld, das auf der Passivseite ist, das von anderen, nämlich von den Nichtbanken, als Zahlungsmittel verwendet wird. Und dann wären nämlich die Geschäftsbanken und die Nichtbanken hinsichtlich des Geldes gleichgestellt und dann müssten sie sich tatsächlich refinanzieren. Das ist ja die Grundidee der Monetativen. Aber wird ja Sparen vielleicht noch interessanter, wo das eh schon unser Problem ist. Ich denke, das Thema Monetative ist nicht ganz günstig. So wie ich das heraushöre, hat Jörg Buschbeck sich mit diesen detaillierten Abläufen in der Monetative nach Huber noch nicht auseinandergesetzt. Und von daher ist die eine oder andere Antwort widersprüchlich zu dem, was wir schon wissen. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf die Monetative reingehen, sondern dann lieber ist es eben schon Japan angesprochen worden. Und gerade zu Japan, das ist ja ein ganz besonderes Land im Moment, vermögenstechnisch, wirtschaftlich, hat eine außergewöhnlich hohe Staatsverschuldung, vielleicht noch nicht die höchste in der Welt, aber so fast die höchste in der Welt, mit so 240, jetzt dann so 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wir in Deutschland erreichen, weiß ich gar nicht, 70 oder 80 Prozent ein Drittel und regen uns jetzt furchtbar drüber auf. Die Ökonomen, die ökonomische Welt bescheinigt Japan oder prophezeit Japan seit rund zwei Jahrzehnten den Zusammenbruch und dieser Zusammenbruch tritt einfach nicht ein. Dazu hätte ich gerne ein paar Kommentare wie, Jörg, wie schätzt du denn Japan ein und warum und wieso und weshalb und was läuft da eigentlich ab und wieso treten die Ökonomen die Prophezeiung der Ökonomen nicht ein? Die haben halt eine funktionierende Monetative. Die haben halt eine Notenbank, die den Staat dort finanziert. Also sie haben ein funktionierendes Quantitative Easing oder wie man das nennt. Also da gibt es auch keine Diskussion wie in Amerika, dass man da ständig mit Klippen droht. Man hat ja nur, wo diese Depression eingetreten ist, quasi zu zögerlich quasi diese Konjunkturprogramme gemacht, um diese Riesenblase, die da geplatzt, das natürlich aufzufangen. Und Japan ist eigentlich auch so ein schönes Beispiel. Dort ist eine Wirtschaft gewesen, die ist geboomt, die hat investiert und dann irgendwann sind denen natürlich auch die Anlagemöglichkeiten ausgegangen und dort hätte man eins machen müssen, was ich vorschlage, was eine Monetative leisten sollte und wo ich auch mit der Huber-Monetative auch übereinstimme. Also es war ja auch eine Frage von Cosmic, gibt es doch Punkte, die ich da einfach auch identisch sehe, auch wenn ich denke, sie baut aus einem falschen Gedankenmodell auf, dann ist es eindeutig die, dass man Blasen verhindern muss, dass man also, wenn quasi schon die Anlagegüter knapp wären, dann muss man verhindern, dass also diese Investitionen in Sachwerte mit Kredit gehebelt werden, weil so entstehen Blasen und da gehe ich auch konform mit der Huber-Monetative, dass man das verhindern muss, dass das eine wichtige Aufgabe in der Monetative ist, dass man also diese Blasenbildung quasi verhindert und so ist ja die japanische Krise entstanden und ansonsten hätte man dort ein Soft-Landing hinbekommen, wo man quasi mit dieser Art von Notenbank, wie man sie in Japan etabliert hat, einfach ganz gut damit umgehen, dass die japanischen Hausfrauen, die sind genau wie die schwäbischen Hausfrauen, dass sie also sehr sparsam sind, wenn man also so Mentalitätsberichte da hört und die haben halt schlechte Erfahrungen gemacht mit Sachwertinvestitionen, die haben dann einen Haufen Geld verloren und Japan ist auch ein schönes Beispiel, wie mit dem Wort Sparen eben und Sparquote auch Verwirrung gestiftet wird. Man sagt, kann ja gar nicht sein, in Japan steigen die Staatsschulden und die Sparquote ist fast null und das liegt einfach daran, dass die Sparquote die Mischung aus der Sachwertsparquote und der Geldsparquote ist und Japan hat wohl immer noch sehr hohe Sachwertabschreibungen aus dieser Blase, also die Sachwertinvestition ist dort wohl immer noch negativ und die Geldsparquote ist positiv und nur die Geldsparquote ist für die Staatsverschuldung zuständig und deswegen ist es so, dass in Japan die Staatsverschuldung noch steigt, weil dort eben die japanischen Hausfrauen immer noch Geld sparen, statt in Sachwerte zu investieren, weil die einfach in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass sich Sachwertinvestitionen eben in der Deflation quasi nur Verluste einbringen und wenn wir das zulassen und das läuft ja auch in Osteuropa, in Südeuropa schon so, dass die Leute mit Sachwertinvestitionen schlechte Erfahrungen machen, dann kommen wir genau in die Krise rein, wenn wir diese Deflation so anschieben, speziell im Asset-Bereich, dass dann quasi man will sparen und andersrum explodiert dann die Staatsverschuldung, wie wir sie auch in Griechenland gesehen haben, wo die Staatsverschuldung erst richtig explodiert ist, als man das Land quasi in die Deflation geschoben hat, damit quasi die Sachwertinvestitionen unlukrativ geworden sind und dann explodiert die Staatsverschuldung erst richtig, also mit dem Versuch, die Staatsverschuldung zu senken, quasi mit der Schuldenbremse, mit dem Versuch, das Licht in Säcken ins Rathaus zu tragen, explodiert die Staatsverschuldung dann erst richtig. Ja, dann möchte ich gleich einhaken und zwar, du hast ja auch die Ausführungen von Professor Werner hochgeladen, du hast ja auch kommentiert mit Plus und Minus und dessen Zentralthema ist ja in Bezug auf Japan, dass die, genau wie die Bank of China, aktiv Kreditlenkung betreibt, indem sie sagt, was jetzt, in was investiert werden darf, wofür Kredite geschöpft werden dürfen und damit eben gewährleisten, dass die Geldschöpfung produktiv sinnvoll angewendet wird. Wie sieht ein Modell in deinem Vorschlag aus? Beinhaltet das ebenfalls eine aktive Kreditlenkung von Seiten der Zentralbank beziehungsweise der Monetative? Auf alle Fälle. Also natürlich kommt sofort die Frage auch, wenn wir Sachwertinvestitionen oder was passiert mit Spekulationen, explodiert dann der Weizenpreis noch mehr und das sind natürlich Fragen, die eine Monetative beantworten möchte und ich habe zwar ein umfangreiches Werk dazu verfasst, aber mir ist da klar, dass man über die Werkzeuge natürlich auch noch reden muss. Ich denke, wichtig ist erstmal, dass man so ein monetatives Konzept auf eine seitenmechanische Grundlage stellt, dass man also nicht mehr mit einzelwirtschaftlichen Denken und Vorstellungen der Tauschwirtschaft daran geht und dass man sich einfach auch dieser Grundformel des Kapitalismus mal stellt, die ich am Ende vom Film betont habe, dass wir also sagen, okay, der Kapitalismus ist eine Vorfinanzierungswirtschaft, die kann nur funktionieren, wenn es gewisse Gewinnaussichten für Unternehmer gibt, ansonsten finanzieren die Unternehmer keine Einkommen mehr vor, dann sind wir in der Weltwirtschaftskrise. Da könnte man auch die freiwirtschaftliche Lösung machen, man könnte auch sagen, okay, wenn es auf Geldhaltung minus 5% gibt, dann würden die Unternehmer natürlich auch zu Null vorfinanzieren, also wichtig ist erstmal nur der Abstand, also wir müssen sehen, dass wir also irgendwelche Gewinnaussichten brauchen, die das Risiko einer Sachwertinvestition einfach ausgleichen und dass die natürlich möglichst im produktiven Bereich liegen sollten und dass das eine monetative regeln soll, das ist gar keine Frage. Ich sehe ein massives Problem in der Subventionspolitik, die statt diesem Vorschlag von der Politik meist angestrebt wird, welche Vorteile gegenüber dieser Variante mit der Problematik umzugehen gibt es in der monetativen? Ja, das war ja gerade, wenn man das Problem gesamtwirtschaftlich löst, also wenn man sagt, okay, das ist ja mein Vorschlag, man schafft sehr stabile Bedingungen für reale Investitionen, dann hat das erstmal den Vorteil natürlich, wenn dabei wirklich was Produktives, etwas, wir stehen ja vor der Herausforderung eigentlich, dass wir ja unsere Wirtschaft komplett neu erfinden müssen auf eine Kreislaufwirtschaft und das muss also auch bei sehr geringen Renditen funktionieren, wir sehen jetzt gerade im Bereich erneuerbare Energien das Problem, dass man versucht hat, dass private Investoren da einen Haufen Geld verdienen und jetzt merkt man, okay, es wird ein soziales Problem, die Energiewende und das kann ja also nur so aussehen, dass man sagt, diese realen Investitionen müssen mit möglichst geringen Rendite vorstellend funktionieren und deswegen ist mein Vorschlag, dass man sagt, man konstruiert die Monetative so, dass sie den Knappheitspreis für Geld, für risikolose Geldhaltung quasi abschafft, der eben heute nur darin besteht aus meiner Sicht, dass also die Geschäftsbanken noch Bedenken haben, dass sie in ihrem Zahlungsmittel illiquide werden, man sagt also, liebe Geschäftsbank, wir erlauben dir nur noch mit ordentlichen, produktiven Kredite zu vergeben, also man reguliert schon die Kreditschöpfung, meiner Meinung nach sollte man das auch auf die inländische Kreditvergabe begrenzen, es gibt ja bei den Volksbanken zum Beispiel so ein Regionalbankenprinzip, dass die also auch in der Regel nur in ihrer Region Kredite vergeben dürfen, sag ich mal, wo sie auch wissen, wie es um die Investitionsbedingungen steht, so weit muss man nicht gehen, aber nach meiner Meinung nach sollte man das national begrenzen, weil natürlich unser Geldsystem ist ein Kreditsystem und das lebt davon, dass diese Kredite vollstreckbar sind und wir können natürlich keine Kredite in Griechenland vollstrecken, wir können keine Kredite in Spanien vollstrecken und wenn wir das mal nicht verdrängen, sondern wenn wir das mal akzeptieren, dass unser Geld Kredit ist und dass wir dann sagen, okay, wenn unser Geld schon mal Kredit ist und wir haben das jetzt akzeptiert, dann soll das guter Kredit sein und das muss eine monetative regeln, dass wirklich gutes Geld ist guter Kredit. Da bin ich ziemlich bei dir, allerdings Gegenargument, das vermutlich von Jens käme, wenn er anwesend wäre und zwar wir haben ja eine Problematik in dem Zusammenhang wie Geld verwendet wird und da sind die Sparkassen jetzt nicht die Volksbanken, die du genannt hast auch ein Problem im aktuellen System, weil sie oftmals politische geleitete Investitionen tätigen, die sich im Nachhinein als große Verschwendung herausstellen. Wie kann verhindert werden, dass diese Art von Verschwendung seitens des Staates nicht stattfindet? Wie kann man da einen Kontrollmechanismus einbauen? Ich denke, als erstes müssen wir mal verhindern, dass es diese staatlichen, was wir heute als Geldverschwendung wahrnehmen, ich sage mal Bahnhof, Stuttgart, die Schwaben sind ja bekannt dafür, dass sie gerne ein bisschen sparen, also die investieren selber zu wenig. Also können wir uns entscheiden, ob wir sagen, wir verschenken per Export unser Sozialprodukt für wirtschaftliches Gleichgewicht oder wir bauen unsinnige Bahnhöfe und an das Wurzel des Problems zu gehen, heißt eigentlich, die Schwaben dazu zu bringen, dass sie eben in was Gescheites selber als Private investieren, was erstmal die Fehlallokation vermeidet, dass der Staat das tut und ansonsten muss man ja noch sagen, okay, prima, dass die so einen Bahnhof bauen, ist es besser, als würden sie einen Panzerkreuzer bauen und Krieg anfangen. Also das sehe ich noch so ein bisschen differenzierter, dass man dann erstmal an die Ursache gehen muss, dass man solche staatlichen Verschwendungsinvestitionen in der jetzigen Situation schon fast gut finden muss und das glaube ich ist auch der tiefere Grund, dass sie stattfinden. Da gibt es natürlich noch andere Gründe, dass Leute gewählt werden wollen oder sich in irgendeinem Licht darstellen wollen, aber das ist sicher erstmal einer der Gründe wäre sicherzustellen, dass es solche Investitionen nicht braucht, weil die Privaten eben selber investieren. Dann komme ich mal zum nächsten Punkt weiter und zwar die Vermögensverteilung innerhalb einer Volkswirtschaft und damit die Einkommensverteilung als Thema. Kann die Vermögensverteilung nur durch eine Veränderung des Geldsystems durchbrochen werden und wenn nicht, was ist dann die Hauptsache für die Verwerfungen, die wir sehen? Ja, also der Kreuz läuft ja durchs Land und erzählt, wir haben 40% Zinsen vom Bruttosozialprodukt und wenn wir uns das im Detail anschauen, dann machen die Freiwetter natürlich eins, die werfen den Mehrwert quasi, das was wir Unternehmer quasi, wie wir teurer verkaufen als wir einkaufen und abzüglich Kosten, das was Marx Mehrwert genannt hat, werfen die mit Zinsen einen Topf und das sind eh alles Kapitalerträge und das ist natürlich Quatsch. Ein Großteil der Kapitalerträge, die wir in der deutschen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sehen, gerade noch mit den Zinssenkungen der letzten Jahre, sind natürlich realwirtschaftliche Renditen und dort kann man aber wieder auch zu Gesell kommen, der gesagt hat, die Rendite muss in einem Mehr von Kapital ersaufen und wenn wir also dahin kommen, dass wir sagen, wir haben stabile Investitionsbedingungen und wir haben einen Geldzins von Null und es lohnt sich aber auch, weil diese stabilen Investitionsbedingungen bestehen für reale Investitionen, für eine reale Rendite von 2,8% in reale Dinge zu investieren, dann wird natürlich durch diesen Null-Sparzins die reale Rendite nach unten konkurriert, woran wir allerdings nichts ändern können, ist natürlich, dass wir heute auch schon fast 20% vom Bruttosozialprodukt eben auch Abschreibung haben, was also ja natürlich erstmal auch von den Kapitalerträgen erwirtschaftet werden muss, also es ist generell das Problem eines großen Kapitalstocks, dass man ja quasi diese Abschreibung auch als steuerfreie Einnahmen ja der Unternehmer hat, das ist ja auch der Grund, warum diese Unternehmer heute kein wachsenden Kreditsaldo mehr haben, weil sie sich heute aus einem gigantischen Kapitalstock den Abschreibungen quasi finanzieren, das ist aus meiner Sicht auch der blinde Fleck vom Flassbeck und den vielen linken Seitenmechanikern, man wird die Unternehmer nicht wieder in die Verschuldung bekommen, es sei denn, man bombardiert ihre Fabriken, weil dann sind die Güter weg, dann muss man sie neu kaufen oder man nutzt das Instrument der Erbschaftssteuer wirklich, um die Unternehmer im Zuge der Erbschaftssteuer quasi mit einer Substanzsteuer wieder zu verschulden, also es ist natürlich, da hat Flassbeck völlig recht, die Unternehmer machen zu wenig Schulden, aber man würde sie jetzt auch mit 100% Einkommenssteuer oder 100% Körperschaftssteuer würde man die Unternehmer nicht wieder in die Verschuldung bekommen, weil die Unternehmen eben sich heute zum ganz großen Anteil fast vollständig aus Abschreibungen finanzieren. Ja, schönen guten Abend Jörg und ich bedanke mich nochmal bei AMT, dass er die Moderation heute übernommen hat, ja, macht das gut. Jetzt seid ihr schon bei der Vermögensverteilung und bei dieser Sache angekommen, aber ich habe nochmal eine ganz kurze Rückfrage zu Japan, was Axel vorhin gestellt hat an dich Jörg, Du hast gesagt, die japanischen Haushalte, die tun zwar schon den Geldvermögen sparen, tun aber auf der Sachvermögensseite noch die Verluste praktisch zurückführen und diese bei den Sachvermögensinvestitionen erlitten haben Ende der 80er Jahre. Jetzt haben wir 240, 250% Staatsverschuldung, wie Axel es vorhin auch gesagt hat. Wie lange kann das Spiel getrieben werden? Frage 1. Vor dem Hintergrund, dass jetzt Japan zum ersten Mal seine eigenen Staatsanleihen nicht mehr allein im Inland platzieren kann, Punkt 1 und Punkt 2, dass Japan zum ersten Mal Leistungsbilanzdefizite hat und Punkt 3, die Überalterung der japanischen Gesellschaft. Auch vor dem Hintergrund jetzt dieser Strategieänderung der japanischen Notenbank, den Yen unbedingt abschwächen zu müssen, um das Leistungsbilanzdefizit wieder in einen positiven Bereich zu bekommen. Wolfgang Stützel ist ja aus dem Sachverständigenrat ausgeschieden in der Frage, wie man mit Außenhandelssalten umgehen sollte. Er ist ja der Meinung immer gewesen, dass Kreditkonditionen die Regelung übernehmen sollten und es gibt ja viele Leute und ich habe da auch mal dazu gehört, die gesagt haben, das müssen Wechselkurse regeln und diese Frage mit den Kreditkonditionen, das ist ein bisschen langatmig zu erklären, würde ich jedem, dem das vertieft interessiert, auch schon mal einen Blick in die Saltenmechanik empfehlen. Er hat ja da über die Danar-Krise, hat er es wohl genannt, auch 1958 die Euro-Krise beschrieben, wie die sich aus einer Verschiebung der Kreditkonditionen auch ergeben kann und man kann also auch diese Wechselkurs-Problematik auch auf verschiedenen Wegen angehen. Meiner Meinung nach wäre es ein gutes Instrument, wenn die Länder, die Exportüberschüsse haben, diese selbst besteuern würden. Also es hat in Deutschland auch schon mal eine Exportsteuer gegeben, Deutschland hat schon mal seine eigenen Exporte besteuert zur Zeit in der Großen Koalition, es hat also auch schon mal in Deutschland das Regel-Element, was ich vorschlage, dass es also eine Kreditsteuer gibt, dass man zwar einen Sparzins von Null hat und dass man aber über eine Kreditsteuer quasi, wenn es eine Übernachfragesituation gibt, dann einfach sagt, dann gut, es gibt zwar 0% Sparzinsen, aber man hat halt noch mal 3-4% Kreditsteuer, die die Staatsverschuldung wieder tilgt. Das sind also beides Instrumente, die man in Deutschland schon mal gemacht hat und ich denke einfach, dass man die Monetative so definieren kann, dass es A diesen Staatsanleihenunfug nicht mehr geben muss, also man kann eben mit dem Buchungssatz Forderung an Steuerzahler, an Sichtguthaben, also speziell wenn die Monetative eine Steuergewalt hat, dann kann die ganz seriös so buchen, dann bucht die aktiv Forderung an Steuerzahler und passiv ist das Geld da, das ist das Sichtguthaben und so kann die den Staat zinslos finanzieren, dann braucht man durch diesen Anleihenunfug nicht mehr länger zu betreiben und die Anleihe soll ja verhindern, dass ein Staat quasi Blödsinn da treibt, dass der sich also inflationäre Geldpolitik betreibt und das garantieren wir ja über das Instrument der Monetative an sich, dadurch dass das eine unabhängige Staatsgewalt ist, die sicherlich den gleichen Ehrgeiz hat wie die Bundesbank dann auch, wenn man der die Werkzeuge an die Hand gibt für Geldwertstabilität, dann sind die natürlich auch genauso ehrgeizig, diese Geldwertstabilität auch herzustellen, das sollte man auch nicht eine Abrede stellen, aber die Gegenleistung muss sein, dass der Staat für die Schulden, die ihm seine Sparer aufzwingen, keine Zinsen mehr zahlt, weil das ist ja Irrsinn, wenn wir sagen, wir haben eh schon ein Problem, dass zu viel Geld gespart wird, dass es darauf auch noch eine Prämie gibt, dass es darauf einen Malus gibt, wie es die Freiwirtschaft vorschlägt, halte ich für politisch nicht durchsetzbar, das macht die Leute wahnsinnig wütend, aber an Nullzins haben sie sich ja jetzt schon so halbwegs gewöhnt, sodass ich das also auch für Politiker behalte, dass man das durchsetzen kann, dass man sagt, okay, für risikoloses Sparen, wenn das Geld stabil ist, da gibt es halt keine Zinsen mehr und wer etwas verdienen möchte, der soll bitte auch ein Risiko tragen, der soll also in reale Dinge investieren und möglichst eben in nachhaltige Investitionen, die wir ja auch brauchen, wenn wir in eine Kreislaufwirtschaft eintreten müssen in den nächsten Jahrzehnten, das kann ja gar nicht anders gehen mit dem Bevölkerungswachstum, als dass wir unsere Wirtschaft quasi zu großen Teilen neu erfinden, Cradle to Cradle sind da Stichworte und da steht ja auch ein Investitionsbedarf dahinter und dieser Investitionsbedarf muss mit geringsten Renditeaussichten realisiert werden, da gibt es ja von mir auch den Vorschlag, diese ungehebelten Sachwertfonds, dieses sogenannte Wertgeld, wo man den Leuten quasi wieder ein Geld an die Hand gibt oder etwas, was sie so empfinden, weil es eben auch so liquide ist und es ist aber eigentlich ein Sachwert, den man verbrieft hat, aber eben nicht wie die Fonds heute sind, mit drei-, vierfachen Kredithebel, sodass das Ding dann in guten Zeiten hochschießt mit einer tollen Rendite und in schlechten Zeiten stürzt es dann ab und dann investiert wieder keiner mehr in Sachwerte, wie wir das in Japan als krisenursächlich auch erlebt haben, sondern dass wir sagen, wir verbriefen Sachwerte nach einem bestimmten Standard und da können wir also auch die Österreicher und Goldgeldbugs, die können wir da alle mitnehmen, kann man sagen, hier habt ihr euer Wertgeld, da stehen richtig Werte dahinter und diesen Werten könnt ihr jetzt sparen für die Wertschöpfung, brauchen wir Schuldgeld, weil wir die Zeit überbrücken müssen und dann dürfen wir aber dieses Schuldgeld nicht sehr lange blockieren, weil die Kredite müssen ja auch wieder zurückgezahlt werden, wenn es private Kredite sind und mit dieser Idee, dass man quasi Sachwerte auch liquide macht und quasi sagt, okay, das fühlt sich jetzt an wie Geld, denke ich, kann man auch die emotionalen Probleme ein Stück weit lösen, die sich aus der Guthabenkrise ergeben. Ja, ich komme jetzt auch direkt zu dem Vorgängerthema, nämlich zu der Vermögensverteilung. Auf der linken Seite, speziell auch auf den Nachdenkseiten, wird ein Diskurs darüber geführt, Jörg, ist die Geldschwemme oder die Spekulation um kriminelle Energie die Hauptursache der Finanzkrise? Die einen meinen, dass der immer miserabler während der Einkommensverteilung, bei den oberen Einkommen und beim Vermögen immer mehr Kapital angesammelt hat und dass diese Kapital, die nicht mehr ausreichend Anlagemöglichkeiten in der Realwirtschaft gefunden haben und zunehmend in der Finanzwirtschaft investiert wurden. Die zweite und andere Position war, die Finanzkrise gründet darauf, dass die Spekulation hemmungslos ausgeweitet wurde, dass Wertpapiere erfunden worden sind, dass gewettet und bedroht wurde. Ich weiß nicht, ob diese Diskussion mitbekommen hast, gerade auf der linken Seite des ökonomischen Geschehens. Was ist denn deine Schlussfolgerung aus dieser Debatte? Also ich sehe es schon prinzipiell genauso wie Flassbeck. Die Ursache ist, dass eben die Unternehmer kein Verschuldung sind. Also wir haben das in der Schule gehabt. Kein Quatsch, das hat der Marx schon vorhergesagt. Das hat der Marx 1850 ins Kapital geschrieben. Muss er. Ich habe das nicht gelesen, aber wir haben es an der Schule gelernt. Also das quasi kurz vorm Krieg ist es dann so, dass es nochmal einen sogenannten Imperialismus gibt, dass dann also quasi das, was wir heute unter dem Stichwort Globalisierung kennen, dass man also versucht, dieses Problem quasi zu exportieren. Das hat Karl Marx irgendwo vor 200 Jahren aufgeschrieben. Das ist also alles nichts Neues. Das sind immer wieder die Prozesse, die ablaufen. Man macht einen Krieg. Danach hat man einen Netto- Investitionsbedarf. Dann ist auch alles in Ordnung. Und irgendwann ist es dann halt so, dass dann das Kapital eben die Anlagemöglichkeiten nicht mehr findet. Und das ist jetzt, heute sind wir in der Situation, dass wir sagen können, Gott sei Dank kann man fast keine Kriege mehr führen oder man führt sie halt dann irgendwo anders. Und das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Und deswegen brauchen wir die Monetative, die unsere Verhältnisse so regelt, dass eben diese Sachen, die sanktioniert werden müssen, wie zum Beispiel eben die Spekulation auch sanktioniert wird und gar nicht mehr erlaubt wird und nicht auf Steuerzahlerrisiko stattfindet. Das sind ja alles die Prozesse, die wir sehen. Das muss die, das muss die Monetative regeln. Aber um die eine Frage konkret zu beantworten, eins, also es ist, das ist die, die Ursache ist natürlich, dass diese, dass diese Vermögen eben natürlich ungleich verteilt sind und keine Anlagemöglichkeiten mehr finden. Und das andere ist die Erscheinungsform. Ich habe eine Frage zu ungehebelten Sachwertfonds. Also ich mache mir da schon länger Gedanken drüber, auch genauso wie du das beschrieben hast, dass es eine prima Sache ist oder wäre. Aber ganz konkret, was kann die Politik dazu machen? Also sicherlich den Wertstand dazu definieren und eventuell wäre das auch ein Punkt für bürgerschaftliches Engagement, weil das Problem an diesen ungehebelten Sachwertfonds ist, dass die Banken ihre Vertriebskosten nicht so gut verstecken können. Der Kredithebel führt heute dazu, dass die Banken sind ja teilweise auch gerade bei diesen, bei diesen Sachwertfonds heute auch teilweise ganz schön krasse Vertriebsmodelle unterwegs, die also auch sehr viel Geld kosten. Und vielleicht bräuchte man auch so regionale Investitionsclubs, wo ich glaube, was die Menschen in Deutschland so ein bisschen verlernt haben. Wir haben immer mehr Angst, weil uns die ganzen Verhältnisse Angst machen, deswegen horten wir. Und ich bin ja nun Unternehmer und ich investiere nun in meinen Betrieb und man hat auch am Investieren eine richtig große Freude. Und wenn wir das den Menschen wieder klar machen könnten, dass sie in ihrer Region investieren und von ihren Investitionen auch was sehen und aber ihre Investitionen im Zweifel auch liquide sind, dass sie sagen, wenn ich Geld brauche, komme ich da irgendwo ran, ich kann das liquidieren, ich habe ein relativ geringes Kursrisiko, ich kann nachts ruhig schlafen und und inwieweit man dann sogar an der Stelle, also ich sage mal eins, wenn Merkel das Problem garantiert, nämlich die Guthabenbildung, dann könnte man sogar überlegen, ob man nicht bei dem Wertgeld, was das Problem löst, auch eine gewisse Sicherheitskomponente staatlich abbildet, um das interessant zu machen. Ich halte das Projekt für enorm wichtig und gebe aber zu, dass ich auch über den Grundgedanke und ein paar Überlegungen da auch noch nicht drüber raus bin. Ich sage, rein logisch liegt dort ein Lösungsansatz und es wäre vielleicht auch toll, wenn ihr das in eurer AG-Geldordnung vielleicht auch implementieren könntet. Wie könnte ein Wertgeld aussehen? Wie könnte, nehmt die ganzen Leute, die von der österreichischen Schule und Goldgeld und alle inspiriert sind, das sind ja eigentlich genau das, was die haben möchten. Das können die ja bekommen und darüber könnte man ja reden. Okay, also vielleicht eine Kennzeichnungspflicht, wie hoch ein Produkt im Grunde, also ein Finanzmarktprodukt gehebelt ist, dass es den Anleger klar sein muss und dass man darüber dann auch eine Informationskampagne starten könnte oder so. Ich würde sagen, Nullhebel, ne? Wertstandort, Wertgeld, null gehebelt. Ja, ja, sicherlich. Also ich habe das Thema auch schon seit vier Jahren auf der Agenda, nur das zu vermitteln ist sehr schwierig und die Politik hat halt nicht die Möglichkeit, auch jetzt eine Nullhebelung vorzuschreiben. Vorschreiben könnte sie aber eben eine Kennzeichnung oder sowas. Und ja, welche Möglichkeiten, welche Stellschraube haben wir, das ist tatsächlich schwierig? Ich würde sagen, die Politik könnte vorgehen, dass der Begriff Wertgeld für Fonds oder irgendein ähnlicher Begriff eben nur verwendet werden darf, wenn der Null- Kredithebel enthält. Punkt. Ich möchte mal zu dem Thema Wertgeld auch nochmal was sagen. Ich habe ja lange auch diskutiert in verschiedenen Formen, unter anderem auch im Gelben und auch so als Art Freiwirt und Freund von negativen Zinsen. Und da kriegt man ja förmlichen, da schlägt einem ja der Hass entgegen. Und der Greg Mankiew, der in der New York Times geschrieben hat, Time to go negative, also hat ja auch geschrieben, hat noch nie so viel Hass-E-Mails bekommen. Und das hat ja der Thomas Strobl, der mal diesen Weiß-Garnix-Blog hat, der hat ja mal einen genialen Blogbeitrag geschrieben, überfreut, dass also die Menschen quasi das Geld horten auch als Kompensation ihrer infatilen Todesängste quasi benutzen. Und das ist mir auch logisch, auch die die emotionalen Reaktionen darauf, dass man Menschen irgendwas von ihrem Angstkompensator irgendwo abbuchen möchte, das geht eigentlich gar nicht. Und das, was ich erlebt habe bei der Idee Wertgeld, dass mich also auch Menschen angeschrieben haben und gesagt haben, genau das möchte ich haben. Also das ist etwas, was man nicht auf Druck machen möchte, sondern man könnte hier im Sinne auch dieser Schattenintegration, die ich versucht habe in der Einleitung zu erläutern, könnte man also sagen, okay, die Leute wollen etwas, was sich wie Geld anfühlt. Und eigentlich, und das zeigen ja auch die vielen Österreicher und Leute, die da Zuspruch finden, wollen die Leute auch ein sachwertgedecktes Geld haben. Also lasst uns doch überlegen, wie wir ihnen nicht, wie wir sie nicht irgendwie unter Druck setzen, sondern lasst uns doch überlegen, wie wir den Leuten auf SOG so ein Wertgeld kreieren können, als ungehebeltes Sachwertgeld und das als Wertaufbewahrungsmittel auf SOG nahe bringen. Das ist nicht fertig, der Gedanke, aber ich denke, da ist sehr vielversprechend. Ich möchte zum einen eine Anmerkung machen und zwar, ich glaube, jedes System braucht Energie und braucht Masse. Und Geld ist, man könnte sagen, Rechtsenergie. Es sind die Ansprüche, die zwischen den Wirtschaftsobjekten stehen und dadurch kommen praktisch gerade kapitalistische Wirtschaftssysteme, kommen so ins Rollen beziehungsweise entfalten eine solche Kraft. Aber ich glaube, man muss auch immer darauf achten, dass praktisch nicht zu viel Energie in einem System ist, denn sonst gewissermaßen kocht es über beziehungsweise zerlegt sich selbst. Das war die Anmerkung. Der eigentliche Punkt ist eigentlich, du hast es schon mehrfach betont, dass Verschuldung ohne Staatsverschuldung nicht geht, beziehungsweise die Sparer erzwingen die Staatsverschuldung. Der Satz ist meines Erachtens falsch und der Beweis geht folgendermaßen, Familie A gibt Familie B einen Kredit. Da hatten sich jetzt weder der Staat verschuldet, noch hat sich ein Unternehmen verschuldet, sondern es ist innerhalb der Nichtbanken und nicht, praktisch Nichtbanken, Nichtunternehmen und Nichtstaat, ist ein Verschuldungsverhältnis aufgetreten und das ist eigentlich eine sehr gute Art von Verschuldung und zwar, es ist praktisch ein Tempor, ein temporaler Verschiebung des Konsums, dass gewissermaßen eine junge Familie verschuldet sich bei gutverdienender Familie, damit die gutverdienende Familie später im Alter das wieder zurückhaben kann, baut sich jetzt ein Häuschen oder schafft sich irgendwas an. Und ich glaube, den Aspekt, den vermisse ich noch ein bisschen in deiner Argumentation, weil ich persönlich bin der Meinung, dieses Rumhacken auf Sparen lässt sich nicht mit der alten Mechanik auch von Stützel beweisen, wie es an diesem Satz, den ich gerade gesagt habe, Familie A gibt Familie B einen Kredit. Da ist ganz klar, in dem System entstehen Schulden, es entstehen Forderungen, Verbindlichkeit, ohne dass das Staat gezwungen ist oder ein Unternehmen gezwungen ist, sich zu verschulden. Ich sehe überhaupt keinen Widerspruch in deiner Aussage. Das sind einzelwirtschaftliche Betrachtungen. Ich, der Kern der Seitenmechanik ist, dass man unterscheidet zwischen, der Stützel hat ja eine Systematik gefunden zu sagen, es gibt den Partialsatz, das sind die Verhältnisse zwischen Einzelnen oder die für den Einzelhaushalt zutreffen und es gibt eben die Größenmechanik, die zwischen bestimmten Gruppen wirkt und es gibt den Globalsatz für die Summe aller Haushalte. Und wenn ich sage, private Einnahmeüberschüsse bedingen staatliche Ausgabeüberschüsse, also sprich private Geldvermögensbildung bedingt Staatsverschuldung, dann ist es der Globalsatz. Und dass der Globalsatz das genaue Gegenteil von dem aussagt, was der Partialsatz aussagt, das ist so. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, ich betrachte jetzt mal zwei Einzelhaushalte und nehme das als Beweis, dass der Globalsatz nicht stimmt. Das ist einfach methodisch falsch und das ist genau Kern der Seitenmechanik, dass man solche Dinge aufdeckt und dass man natürlich klärt und da bin ich natürlich auch nicht immer sauber und vielleicht liegt das auch an mir, dass ich bestimmte Sachen vielleicht an irgendeiner Stelle dann nicht so perfekt definiert habe, wie der Stützel getan hat. Aber das ist genau das, was ich meine. Also der Satz, den ich da auch im Film gesagt habe, also sprich die staatlichen Ausgabeüberschüsse, also das ist das, was global betrachtet, also die Summe aller Staatsschulden dieser Welt ist genau identisch mit dem, was die Privaten in den nächsten Jahren Geldvermögen sparen werden, also weil sie jetzt schon Geldvermögen haben und der Betrag, um den sich die globalen Staatsschulden in den nächsten Jahren erhöhen werden, ist genau der Betrag, in dem die Summe aller Privaten ihre Geldvermögen erhöhen wird. Und da kann man natürlich sagen, sollte man auch sektorale Betrachtung anstellen, da bin ich ganz bei dir, aber man sollte zu allererst mal den Globalsatz begriffen haben in seiner Dimension. Und dann kann man natürlich auch überlegen, welche Sektoren sollen denn Geldvermögen abbauen. Man kann ja auch zu der Meinung kommen, man macht, ich habe es ja schon genannt, einen 50.000 Euro horter Freibetrag und nur die Geldvermögen, die oben drüber liegen, erklären wir zum Problem. Das ist auch ein Lösungsansatz. Ja, gemacht, gemacht. Es fehlt noch der Beweis. Und ich sage, der Globalsatz, den hier Stützel sagt, war beispielsweise der Partialsatz war praktisch, dass das Unternehmen, wenn ein Unternehmen den Preis senkt, dass dann der Absatz erhöht. Wenn das alle Unternehmen machen, erhöht sie, senkt sich insgesamt der Preis, aber der Absatz erhöht sich von individuellen Unternehmen nicht. Das ist jetzt praktisch nachvollziehbar, das ist der Beweis. Nur bei dir fehlt noch der Beweis, dass du sagst, dass mein, dass sowohl der Partialsatz, nämlich Familie A gibt Familie B einen Kredit, dass der stimmt und wenn das 100 Familien machen oder 1000 Familiens oder alle Familien sich gegenseitig verschulden, wobei dann fehlt der Sinn ein bisschen. Es muss praktisch diese, ich sage es mal, unterschiedlichen Lebenszyklus. Es gibt ja gewissermaßen Lebenszyklen und dieses Überschneiden der Lebenszyklen, die macht es gerade sinnvoll, dass eine solche intersektorale Verschuldung stattfindet. Und da kannst du dann alle Familien nehmen und dann stimmt der Partialsatz und Globalsatz stimmt nach wie vor überein. Aber was natürlich richtig ist, wenn sich der Staat aktiv verschuldet, dass das dann irgendwo landet und zwar typischerweise bei den Nichtbanken oder bei den Privaten. Aber der Umkehrschluss, der ist meines Erachtens falsch und da bitte ich dich um den Beweis. Ganz kurz, das was gerade eben beschrieben worden ist, Familien verschulden sich gegenseitig. Hatten wir. 1450, da gab es eine Familie, die hat praktisch nachher alle verschuldet. Die gehen heute, werden die gefeiert. Die hießen Fugger. Ja, also die Realität der BAD, die kann man sich in der Buchhaltung der Bundesbank anschauen und dann sieht man, dass der Privatsektor in der BAD eben einen Geldsparüberschuss hat von 150 Milliarden. Also sprich, es fehlen einfach im Privatsektor die Schulden. Und natürlich kann ich mir jetzt mal zwei Familien rausgreifen, die sich gegenseitig einen Kredit geben. Aber wenn ich eben die Summe aller Privathaushalte in Deutschland anschaue, dann haben wir für die Leute, die dort Geld sparen wollen, nicht die Schuldner. Und das verdrängen wir. Dass der Schuldnermangel unser allergrößtes Problem ist. Wir bräuchten nichts dringender als Schuldner für unsere Sparer. Und dieses Thema ist tabu. Und deswegen verschulden wir das Ausland und erklären unseren Bürgern nicht, warum wir das tun. Ja, ich würde mich aber auch ein bisschen einhaken bei Arne. Und zwar geht es vielleicht auch in die richtige oder in diese Richtung. Was ich vermisse ist, Sie sprachen gerade oder Jörg, du sprachst gerade von Sachwertgelder. Wo sind denn die Dienstleistungswertgelder, die aus meiner Sicht ja auch sehr, sehr wichtig sind. Und das beschreibt ja auch ein bisschen diese Familiengeschichte. A und B. Und dann eben vielleicht auch ein Wort aus deiner Seite mit Überproduktion, dass das eben auch vermieden wird. Ich meine, wir können den Menschen Schulden, Schulden und so weiter geben und dann nur Autos, Autos kaufen. Dann haben wir hier fast auf unserer Welt nur alles Autos. So kann es ja auch nicht sein. Also da muss es ja klare Regulierung geben. Und wie gesagt, was mich interessieren würde, ist, wie du sinnvolle Projekte im Dienstleistungsbereich. Nehmen wir mal, wo ich ja herkomme oder wo ich ja investiere, auch eben Fußball, dass es mehr Fußballclubs gibt. Ein System, was wir hier in Deutschland sehr perfektioniert haben. In anderen Ländern, in Asien wird das vermisst und so weiter. Dass man dafür Kredite bekommt, den Menschen da zur Verfügung stellt, dass dann mehr Fußballclubs dann existieren. Wenn man da jetzt zur Bank geht oder wo auch immer, dann wird man das so, dann wird man da abgewiesen. Dann wird gesagt, ne, dafür gibt es kein Geld. Also wie ist dieses Problem oder wie würdest du dieses Problem lösen? Vielleicht prinzipiell, sage ich ja, bin ich ja nicht der, der sagt, macht eine Geldreform und alles wird gut, sondern ich sage ja, wir haben so viele Probleme. Wir haben die Akkumulationsprozesse, wir haben den Naturverbrauch und diese Dinge, sollten wir alle steuern und sollten daraus unseren Grundeinkommen zahlen. Und wenn wir das Grundeinkommen haben und wieder freie Arbeitsmärkte und es ist nicht mehr so viel Nachfrage da, dann wird natürlich das Angebot auch reduziert und das ist natürlich völlig gesund. Also ich bin der Letzte, der sagt, lasst uns mal ein bisschen am Geldsystem rumfummeln, damit, dann brauchen wir das andere nicht, wie es viele Freiwürde machen, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir müssen am Geldsystem rumfummeln, damit wir nicht mehr hören, dass wir die anderen Sachen wegen Alternativlosigkeit nicht machen können, weil natürlich uns heute das Geldsystem und diese Formel, die ich genannt habe, diese wichtigste Formel des Kapitalismus, ohne wenn diese gesamtwirtschaftlichen Relationen nicht mehr stimmen, dann fliegt uns der ganze Laden in kurzer Zeit um die Ohren. Das ist wie eine Erpressung mit einer Atombombe, mit einer Kettenreaktion und die ist auch wahr. Also solange wir quasi nicht hier Notbremsstäbe und das ist die Monetative in diesen Atomreaktor einbauen, dann sind wir einer atomaren Bedrohung aus dem Geldsystem ausgesetzt und dann ist natürlich, gibt es natürlich diese ganz vielen Alternativlosigkeiten und um diese Alternativlosigkeit abzuschalten, dazu brauchen wir die Monetative, die in diesen Atomreaktor Bremsstäbe einbaut und dann können wir drüber reden, wie wir die anderen Dinge in Ordnung bringen und da ist aus meiner Sicht eben, ich habe es versucht in dem Video auch zu erläutern, das steuernde BGE, wo der Staat, der ist in einer Sache, wenn man mit dem Staat zu tun hat und hat bei ihm Steuerschulden, dann wird er merken, da ist der Staat richtig fit beim Steuern eintreiben, dass wir den Staat auf seine Kernkompetenz bringen, die schlechten Dinge in diesem System zu besteuern und wo er richtig schlecht ist beim Geld ausgeben, wo er bürokratisch ist, wo es an unsere Freiheitsrechte geht, wo es teilweise mit Korruption und kriminell wird, das sollten wir dem Staat aus der Hand nehmen, das soll uns ein kleines Grundeinkommen zahlen, sodass wir immer noch Lust haben, auch im Markt was anzubieten und er soll die ganzen schlechten Dinge, soll er besteuern, aber dafür müssen wir im Geldsystem die Voraussetzungen schaffen, dass wir nicht mehr durch eine konjunkturelle Kettenreaktion erpressbar sind. Ja, Jörg, war wirklich gut, der letzte Gedankengang. Lass mich nochmal zur Stützel-Dalten-Mechanik kommen und zu der Ausweitung ihres Horizontes vor dem Hintergrund der europäischen Krise. Ich möchte ganz gerne mal wissen, ob wir nicht unsere europäischen Probleme hauptsächlich dadurch im Augenblick haben, weil wir jeder für sich als Nationalstaat vielleicht diese Betrachtung anwenden, nicht nur der Leistungsbilanzüberschiss und Defizite und wer wo sich verschuldet und wer wem was umsonst liefert, was er später nicht mehr einreiben kann, sondern dass wir versuchen, es vielleicht seine Saldenmechanik auf den gesamten europäischen Raum anzuwenden oder zumindest die Länder, die hier enger zusammenarbeiten wollen, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Und du nennst schon einen Vorschlag, den wir auch in Europa sehr gut anwenden könnten, nämlich, dass wir das Geldsystem mit einem Grundeinkommen, also mit Sozialleistungen nicht von der Zentralbank an die Staaten geben, sondern eigentlich direkt an die Bürger mit dieser Minimalausstattung, wie du sagst. A, würde es ein Gemeinschaftsgefühl bedeuten, es wäre eine Vereinheitlichung der heute noch differenten Sozial- und Steuersysteme möglich, also die könnten harmonisiert werden. Der ganze Gedankengang zielt daraufhin, halt hier eine europäische Ebene, Gesamtbetrachtung und vielleicht auch Identität zu ermöglichen. Wie stehst du zu solchen Überlegungen? Also erstmal bin ich der Meinung, dass man Grundeinkommen nur ganz begrenzt drucken kann. Also man könnte, ich habe ja in meinem monetativen Konzept durchaus das BGE drin, wenn es zu einem, wenn es also quasi diese Untermnachfrage gibt, dann ist ein Steuerelement der Monetative, dass er quasi auch einen Grundeinkommenszuschlag macht von einem prinzipiell steuerfinanzierten Grundeinkommen. Und ich sehe die EU dort vor allen Dingen als Chance, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Naturverbrauchssteuer, dann werden wir ja nicht drumherum kommen, wenn zum Beispiel die Chinesen nicht mitmachen, da wieder irgendeine Zollgrenze einzuführen, wo wir sagen, die Produkte, die dann außerhalb der EU kommen, die werden dann natürlich an dieser Zollgrenze mit der Naturverbrauchssteuer quasi belegt. Das ist mal der Punkt, wo ich sage, wenn wir steuern wollen, ist das Konstrukt EU wahrscheinlich auch als, in diesem Sinne, als Binnenmarkt dann zu verstehen. Und worauf ich besonders hinweisen möchte, die Idee zu sagen, dass die Monetative über die Kreditsteuer steuert, also dass wir sagen, man hat prinzipiell einen risikolosen Sparzins von null. Aber ich habe zum Beispiel in Griechenland, weil die schon wieder viel, viel Freude haben, vielleicht in zehn Jahren, wenn die Krise vergessen ist, da wie die wilden Häuser zu bauen, weiß nicht, ob die da sich so schnell davon erholen, aber dann sind vielleicht in Griechenland ist die Kreditsteuer eben sieben Prozent und in Deutschland, wo die Leute absolut keine Lust haben, sich zu verschulden, ist sie vielleicht nur ein Prozent. Also man könnte mit der Idee der Kreditsteuer das Grundproblem des Euro lösen, dass man eine nationale und man könnte sogar eine regionale Geldpolitik machen, indem man verschieden hohe Kreditsteuersätze in verschiedenen Regionen anwendet. Und das könnte man in einer Gemeinschaftswährung machen und das greift wieder an den schnitzelischen Gedanken an, mit Kreditkonditionen Wirtschaft zu steuern, weil sie nun mal ganz wesentlich vom Kredit abhängig ist. Ja, du hast jetzt schon einen wichtigen Teilaspekt mit erwähnt, nämlich, dass du an der Außengrenze der EU eine Art Naturverbrauchsteuer für das China genannt hier anwenden möchtest. Also nochmal die Saldenmechanik insgesamt anwenden auf den gesamten europäischen Raum und dann, wie bekommen wir die Freihandelsprobleme dann in den Griff, die sich automatisch ja ergeben und im Augenblick sich ja auch manifestieren in den, ja wie soll ich sagen, in diesem Abwertungswettlauf oder in diesem, was da gerade im Hintergrund läuft. Was ist dafür ein Ratschlag von dir? Was können wir da einrichten, um diese Spannungen, die da im Augenblick sich massiv aufbauen, in den Griff zu bekommen, zwischen den Handelsblöcken? Also nochmal, Deutschland braucht die Exportüberschüsse, weil seine inländischen Privaten zu viel sparen. Das ist zwar tabu und hat noch nie jemand davon gehört, aber genau das ist das Problem. Und deswegen, wir verschulden das Ausland für unsere Sparer und das Thema ist tabu. Dann bräuchten wir mal ein paar piratische Leute, die das irgendwo mit irgendeiner lustigen Form den Flassbeck und den Bushbeck, die fast alleine dieses Lied immer wieder singen, noch im großen Chor in die Welt tragen. Das wäre mal der Punkt eins. Und dann wäre eben mal ganz wichtig, dass wir die Saldenmechanik irgendwo den Menschen näher bringen. Die meisten Menschen glauben heute, dass ein Staatshaushalt funktioniert wie ein Einzelhaushalt. Das heißt, wenn der Staat Schulden macht, dann hat er unsolide gewirtschaftet. Das ist der Blödsinn, den uns der Klaus Kleber im Hotter-Journal im ZDF dann abends dann den Leuten wieder erzählt. Das ist der Gedankengang, den jeder Haushaltspolitiker in diesem Land wohl noch verfolgt. Das ist immer noch die Vorstellung, dass der Staatshaushalt, dass ein Staatshaushalt so funktioniert wie ein Einzelhaushalt, sondern für den Staatshaushalt gilt saldenmechanisch die Formel. Das Staatsdefizit ist identisch mit der inländischen privaten Geldvermögensbildung bereinigt um die Exportsalden. Das ergibt das Staatsdefizit. Das heißt, wenn man ein Problem sieht in dem Staatsdefizit, dann muss man auf diese Größen Einfluss nehmen. Und dann muss man das diskutieren, in welcher Form man auf diese eigentlichen Steuergrößen der Staatsverschuldung Einfluss nimmt. Und die gesamte politische Diskussion findet auf der Ebene statt. Ein Staatshaushalt funktioniert wie ein Einzelhaushalt. Und das ist einfach eine Geschichte, die ist so ähnlich wie früher, wo man gedacht hat, die Erde ist eine Scheibe. Weil man das Bild nicht hat, dass der Globalsatz eben das genaue Gegenteil aussagt des Einzelhaushalts. Und das ist das Bild, was wir alle haben. Wir sagen natürlich, das ist ja völlig irre. Wie soll denn durch Geld sparen die Verschuldung steigen der Privaten? Das ist ja völlig unlogisch. Wenn ich Geld spare, dann steigt doch mein Geldvermögen. Und das ist einfach eine Bildungslücke. Also hier fehlt einfach Bildung zu dieser grundlegenden Geschichte, dass also ein Staatshaushalt eigentlich genau andersrum funktioniert wie ein Privathaushalt. Wenn ich das kurz zusammenfassen kann, ist das im Prinzip das, was Professor Bontrop in seiner kritischen Vorlesungsreihe gesagt hat, dem Staat, beziehungsweise dem Kapitalismus, sind die solventen Schuldner ausgegangen. Und ich glaube, an dem Solvent hängt so der Punkt, denn wenn die Griechen genügend produzieren würden, könnten sie ja ihr Defizit in gewisser Weise ausgleichen. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, dass das Unverständnis darüber, dass Geld ein Saldo ist und kein Ding im Zentrum steht, zusammen mit der Rationalitätenfalle, die du damit beschrieben hast, dass eben der Partialsatz und der Globalsatz nicht übereinstimmen. Ist das eine Zusammenfassung, die du so teilst? Ja, also bei dem Problem, ich habe es ja beschrieben, da sind alle vier Punkte beteiligt. Also der Widerspruch zwischen dem Erleben des Einzelhaushalts, der da besteht, die Rationalitätenfalle, dass natürlich für viele Leute Geldvermögensbildung ein Lebensziel ist und das kann eben nicht das Problem sein. Dann diese Geldvermögensbildung als eine Geschichte, die meine Ängste kompensiert, wo ich also enorm schnell eben emotional werde. Das sind also die wichtigsten Punkte, dass wir also dieses Problem nicht wahrhaben wollen und deswegen glaube ich, diese Guthabenkrise, damit kann man nicht in Wahlkampf ziehen. Das ist, denke ich, etwas, was so Nerds in so einem Kreis eben auch wissen sollten und ich denke, man könnte zum Beispiel, indem man die Monetative macht, indem man vielleicht so Anreizsysteme schafft, wie das Wertgeld, dass man eben um das Problem weiß und das Problem löst, ohne dass man die Menschen völlig wahnsinnig macht mit einer Sache, die sie einfach nicht hören wollen. Also ich glaube, der Schatten bei der Guthabenkrise ist so stark, dass die Menschen eben dort einfach nicht zuhören wollen. Damit kann man wohl keine Wahl gewinnen. Ich glaube, man muss das Problem verstehen und man muss das Problem irgendwo intelligent lösen. Ich hatte ja die verrückte Idee mal in der Eskalation mit den Banken ran, was draus zu machen und ich glaube, so paar kreative Ideen braucht es eigentlich, wo wir das Problem lösen, ohne dass wir mit den Menschen das groß diskutieren müssen, weil die wollen es natürlich nicht hören. Das müssen wir uns absolut klar sein. Die Guthabenkrise ist etwas, was die Menschen einfach nicht wissen wollen und das ist auch der Grund, warum sie in der Diskussion nicht stattfindet, weil das keiner hören will. Richtig, das würde dann an der Stelle ja auch kognitive Dissonanz auslösen und das wollen viele Leute natürlich vermeiden. Jetzt ist Arne am Saalmikrofon als nächster dran. Ja, Jörg, ich bitte dich noch mal, deinen Global-Satz genau zu definieren. Es ist ja so, auch die Global-Sätze müssen dann bewiesen werden. Das klassische Beispiel, das hier ja vorgeführt wird für den Stützel, ist ja, das praktisch gesagt hat, wenn ein Unternehmen seine Preise senkt, dann kann es den Umsatz erhöhen. Das ist der Partialsatz. Der Global-Satz heißt, wenn alle Unternehmen ihre Preise senken, bleibt der Absatz unverändert, das Preisniveau sinkt. Das ist nachvollziehbar in der einzelnen Größe. Und dann, was er noch sagt, ist ja die Größenmechanik, dass er sagt, ein Unternehmen kann nur dann seinen Absatz durch Preissenkung erhöhen, wenn seine Komplementärgruppe, sprich alle anderen Unternehmen, ihre Preise unverändert lassen oder kaum ändern. Das macht ja alles Sinn. Aber ich habe bei deiner ganzen Argumentation genau so analog zu diesem Beispiel, das noch nicht gehört. Erstmal, was du jetzt gerade beschrieben hast, waren sogenannte Rationalitätenfallen. Das, was er auch beschrieben hat oder meinetwegen auch so. Wir reden doch jetzt hier über Staatsverschuldung versus Privatverguthabung. Und Stützel beschreibt schon in der Einleitung zur Saldenmechanik einen fiktiven Herrn Schulz, dessen Verkaufsüberschüsse logischerweise die Kaufüberschüsse, also sprich die Verschuldung des Rest der Welt sind. Weil es gibt die logische Grundlage und das muss ich nicht beweisen, ist, dass es keinen Kauf ohne Verkauf gibt. Und deswegen gibt es auch keinen Verkaufsüberschuss ohne einen Kaufüberschuss. Und das Wort Verkaufsüberschuss ist aber identisch mit Geldvermögensbildung. Und das Wort Verkaufs, äh, das Wort, das Wort Kaufüberschuss ist identisch mit Verschuldung. Und das Wort Verkaufsüberschuss ist identisch mit Geldvermögensbildung. Und hier kommt dann das Argument, ja, aber Zahlungsmittel. Und die spielen hier aber gar keine Rolle. Das ist das, was ich versucht habe, schon am Eingang, im Eingang zu erläutern. Das ist der Unterschied zwischen Kaufen und Bezahlen mit dieser Identität von global betrachtet. Und zwar für die Summe aller Privaten und für die Summe aller Staaten, um das nochmal klarzustellen. Also den Globalsatz. Der Globalsatz, die Verkaufsüberschüsse der Privaten, und das ist identisch mit der Geldvermögensbildung der Privaten. Und die Kaufüberschüsse der Staaten, und das ist identisch mit der Verschuldung der Staaten, bilden eine Einheit, ist logisch damit bewiesen, dass es keinen Kauf ohne Verkauf gibt. Und auf diese Problematik geht Stützel schon in der Einleitung ein. Die ist, glaube ich, auch bei Google jetzt wieder verfügbar. Die kann man also auch dort nachlesen, ohne dass man sich bei Jörg Buschbeck eure Bücher bestellt. Also das kann man gleich in der Einleitung von der Saldenmechanik auch anhand dieses Herrn Schulze nachhalten. Und alle Widerlegungen, die man dann immer wieder versucht zu der Saldenmechanik, die kommen dann immer wieder über das Thema gekrochen. Ja, aber was ist denn mit den Zahlungsmitteln? Was ist denn, wenn der Private dem Staat jetzt kein Geld leiht? Das hat damit gar nichts zu tun. Dann kann der Staat seine Kaufüberschüsse nicht bezahlen. Das ändert aber nichts daran, dass er diese Kaufüberschüsse hat. Dann hat er offene Rechnung. Ja, das ist ja deine Einnahmen-Ausgabenebene mit den offenen Rechnungen. Aber hast du das, was du gerade sagst, irgendwo formalisiert aufgeschrieben? Weil ich glaube nicht, dass man das jetzt so rein sprachlich hier auch gebacken bekommt. Das steht in der Saldenmechanik. Das steht, das kannst du nachlesen. Lies die Saldenmechanik. Ist bei Google verfügbar. Dort kannst du das gleich auf den ersten Seiten, kannst du das nachlesen. Dort steht das. Ja, das bin ich gerade. Und das ist ja das, was ich gerade vorgelesen habe. Lies den Satz auf der zweiten Seite mit dem Herrn Schulz. Das logischerweise. Und der Herr Schulz, ob du statt dem Herrn Schulz die Summe aller Privaten einsetzt. Also man könnte genauso gut sagen, Stützel beschreibt dort gleich in der Einigung den Herrn Schulz, dessen Verkaufsüberschüsse logischerweise die Kaufüberschüsse, also die Verschuldung des Resten der Welt sind. Und dann könntest du statt dem Herrn Schulz, könntest du jetzt auch die Summe der Schulzens dieser Welt einsetzen und könntest sagen, die Summe der Verkäufe, Verkaufsüberschüsse der Privaten ist identisch mit den Kaufüberschüssen der Staaten. Ich fand das jetzt eben interessant, wie Jörg eben auch gesagt hat, Bubbles, die extremen Bubbles sollten vermieden werden. Und ich habe auch so unser oder wir haben ein System entwickelt, nennt sich transparente soziale Marktwirtschaft. Da kommt aber ein sogenanntes HGE auch zum Tragen, also ein Höchstgrundeinkommen, um eben das BGE auch gegen zu finanzieren oder einen Ausgleich auch zu schaffen. Jetzt mal eine konkrete Frage. Die Linken fordern ja zum Beispiel auch eine sehr, sehr hohe Besteuerung für Einkommen, die über eine Million so jetzt liegen, dass da eine hundertprozentige Besteuerung stattfindet. Aus deiner Sicht, Jörg, ist das der richtige Weg, um dann eben, gerade wenn du jetzt sagst, es hat eine Guthabenkrise, die ja, die hat ja unser Problem jetzt hier verursacht und so weiter, wäre dann eine Deckelung der Guthaben dann auch angebracht, um eben diesen, diese extremen Krise, ja, diese Bubbles auch zu verhindern oder aufzulösen oder zumindest einzuengen. Wäre da auch eine höhere Steuermöglichkeit, da eine Lösung für? Ja. Also die 100-Prozent-Geschichte ist wohl nicht ganz ernst gemeint, das ist Wahlkampfgetöns, aber wir hatten natürlich in Deutschland auch schon mal höhere Steuersätze und prinzipiell bin ich der Meinung, dass natürlich die Konzentrationsprozesse dort auch einen gegenläufigen Effekt brauchen und ich finde das Buch von der Wagenknecht sehr gut. Ich bin ja selber auch Unternehmer und ich bin rein theoretisch bilanziell bin ich auch Millionär, aber ich brauche natürlich das, was ich da habe an Eigenkapital, das dient natürlich dazu, dass ich die Kredite für meinen mittelständischen Betrieb finanzieren kann. Also das heißt, es ist nicht so, dass mir diese Millionen zur Verfügung steht und die Wagenknecht sagt natürlich ganz klar, wenn die Betriebe vererbt werden oder verkauft werden, dann wäre das ja so, dass dieses Geld ja quasi flüssig wird und in dem Moment bin ich auch der Meinung, sollte man zugreifen. Aber es ist natürlich Blödsinn einem mittelständischen Unternehmer, der investiert, Ideen umsetzt, vielleicht auch in die richtige Richtung dort quasi das Geld wegzunehmen, was er ja gar nicht nutzt, um sich eine Yacht zu kaufen, sondern vielleicht um Arbeitsplätze zu schaffen oder neue Technologien voranzutreiben. Das muss man einfach differenzierter betrachten. Aber ich denke, ich sehe das so wie Wagenknecht, nicht so radikal, weil es ist natürlich auch aus meiner Sicht, der mittelständische Unternehmer würde sich ja wahrscheinlich nicht anstrengen, wenn ihm, wenn er weiß, er kann überhaupt nichts vererben. Aber ich bin der Meinung, man sollte eben auch für Betriebe eine ordentliche Erbschaftssteuer haben. Also ich wollte eine Kleinigkeit zur Saldenmechanik. Also hier entsteht der Eindruck, als ob ein Aggregat seine Pläne aufzwingen kann. Also in Wirklichkeit ist es so, dass der Stützel sagt, dass eine Gruppe nur insoweit zum Beispiel einen Einnahmenüberschuss erzielen kann, als die andere Gruppe bereit ist, einen Ausgabenüberschuss hinzunehmen. So und jetzt hier, also ich denke, dass das Stützel hier falsch interpretiert wird. Das Defizit des Staates entsteht nicht dadurch, dass die anderen zu gut sparen, sondern es entsteht schlicht und ergreifend, dass der Staat darauf verzichtet, seine Ausgaben durch Steuern und Gebühren zum Ausgleich zu bringen. In dem Moment, wo er das macht, wird sozusagen das Guthaben automatisch zurückgehen. Weil von irgendwo müssen es die Bürger zahlen. Also das Stützel-System ist eigentlich eine Art tautologisches Identitätssystem. Es kann im Grunde genommen folgendes sein. Die ganze Welt kann sich bei einer einzelnen, rein theoretisch, bei einer einzelnen Familie oder Person verschulden. Es ist immer die Komplementärgruppe, ist die Gruppe, die eben nicht die Gruppe ist, die in Frage steht. Also es kann eine Person sein und immer der Rest der Welt oder innerhalb eines Unternehmens die anderen Unternehmen. Also ich sehe da noch lange keine Guthaben-Krise. Kein Dissens zu den Ausführungen. Überhaupt kein Dissens. Dass es also nur so ist, dass die, wenn die anderen bereit sind, das hinzunehmen. Das ist also die Größenmechanik, auf die ich auch immer, dies Jahr neben dem Globalsatz gibt es ja noch die Größenmechanik. Und wir haben zu dieser Sache keinen Dissens. Ich komme zu dieser Frage, wenn ich am Ende, wer den Film gesehen hat, diese wichtigste Formel des Kapitalismus. Und dort sehen wir, dass wir heute keine Netto-Investitionen haben. Und deswegen, dass der Staat über seine Verschuldung es erstmal möglich macht, dass die Unternehmer heute überhaupt noch einen Gewinn haben oder Gewinnaussichten haben. Und das muss nicht der eigene Staat sein. Sondern man kann über Exportüberschüsse die anderen Staaten verschulden. Und die Entwicklung dieser Netto-Investition, die sind allen Staaten ähnlich. Die Entwicklung ist überall gleich, so wie sie Karl Marx schon vor 200 Jahren beschrieben hat. Dass also Akkumulationsprozesse stattfinden, dass also die Unternehmer sich immer mehr aus Abschreibungen finanzieren. Dann kommen wir in die Situation, dass der Kapitalismus quasi immer mehr zum Staatsbastard wird. Das erklärt diese wichtigste Formel des Kapitalismus. Und die geht. Das ist auch Saltenmechanik, die stammt aber von Keynes. Die hat Stützel nur bestätigt. Netto-Investitionen plus Unternehmerkonsum minus Geldvermögensbildung der Nichtunternehmer. Das ist der Gewinn der Unternehmer. Und wenn die Unternehmer einen Haufen Netto-Investitionsbedarf haben, weil gerade Krieg war und alles kaputt geklopft ist, dann kann in den 70er Jahren hatten wir 17% Netto-Investitionsbedarf. Da konnte der Staat Überschüsse machen. Da haben die Unternehmer noch gut verdient. Da konnten die Privaten 10% von BIP sparen. Da war die Welt in Ordnung. Und heute haben wir keine Netto-Investitionen mehr. Und deswegen ist der Staat gezwungen, diese Verschuldung zu machen, damit das System nicht in die Kernschmelze geht. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir sind dort erpressbar. Und das ist nicht so einfach zu erkennen, weil über diese Formel auch keiner spricht, weil die Buchhaltung keiner auswertet, weil diese Buchhaltungszahlen nicht ausgewertet werden, weil sie nicht transparent gemacht werden und weil diese Grundzusammenhänge nicht transparent gemacht werden. Und wenn das passiert, dann wird man auch verstehen, warum eben der Staat diese Schulden machen muss, obwohl diese Größenmechanik von mir nicht bestritten wird. Es ist aber so, dass der Staat über diesen Mechanismus der Verhinderung in der Weltwirtschaftskrise gezwungen ist, entweder sich selber oder andere Staaten über Exportüberschüsse zu verschulden, wenn das System nicht in eine Abwärtsspirale kommen soll, weil diese Formel auch eine negative Rückkopplung hat. Also wenn die Investitionstätigkeit einbricht, dann werden diese Netto-Investitionen sogar negativ. Und das ist also eine sogenannte positive Rückkopplung. Das ist wie eine Bombe gebaut. Das ist im Prinzip ja genau das, was auch in Japan passiert ist und was wir dort gut beobachten können. Hier bloß ein kurzer Verweis darauf, dass man das da exemplarisch ganz gut sieht. Jetzt würde ich an Matthias Garscher weitergeben. Ja, danke. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die ganze Zeit in der Geldpolitik mit freien Wechselkursen gearbeitet worden ist, Jörg. Und dass führende Vertreter in der Geldtheorie wie Taylor, Mandel und was weiß ich wer gesagt haben, das ist gut so und dass keine Kooperation der Notenbanken eigentlich notwendig ist. Bei den letzten Tagungen, Jackson Hole oder jetzt auch in San Diego, ist deutlich geworden, dass sie von dieser Position gerade abrücken müssen. Dass jetzt aufgrund der Spannungen, die in dem weltweiten System existieren, es notwendig wird, dass kooperiert werden muss. Ohne Kooperation geht es scheinbar nicht mehr. Du bist vorhin nicht ganz eingegangen auf diese Problematik, auf diese Problematik auf der globalen Ebene im Finanzsystem. Was steht uns denn da bevor und wie sehen denn da überhaupt Lösungsansätze aus, aus diesen Schwierigkeiten dort herauszukommen, wenn jeder so versucht für sich praktisch seinen Bereich der Exportindustrie zu fördern, um aus dem Nachfrageproblem auf der einen Seite herauszukommen und auf der anderen Seite, wenn man ja auch bestrebt ist, das Weltflusslandsystem handlungsfähig und stabil zu halten, wie es im Augenblick halt konstruiert ist. Was hast du da für eine Reflexion darüber? Also ich bin ein großer Pferden für einen einzelwirtschaftlichen Wettbewerb und ich stimme aber auch Flassberg völlig zu. Der Wettbewerb der Nation, das ist ein großer Blödsinn und in dem Moment, wo wir in diese Unter-Nachfrage-Krise reinlaufen, ist das die Vorstufe zum Krieg. Erstens ist der Währungskrieg, dann werden sich da weitere Konflikte daraus ergeben und mein Vorschlag von der Monetative, besteuert, schafft das binnenwirtschaftliche Gleichgewicht und wenn es kein außenwirtschaftliches Gleichgewicht gibt, dann machen wir das gleiche wie Plisch und Blum zur Großen Koalition, dann besteuern wir unsere Exporte. Also wir müssen das den anderen ja gar nicht antun. Wir müssen auch nicht abwarten, bis die unsere quasi, bis die ihre Importe besteuern. Lasst uns doch unsere Exporte besteuern, so wie das in Deutschland schon praktiziert wurde. Wir müssen nur die Dinge eigentlich machen, die man in Deutschland schon langst mal gemacht hat und wir können darauf Bezug nehmen, dass wir ein Grundgesetz haben. Wir haben im Grundgesetz, wir haben ein Stabilitätsgesetz. Das verbietet uns diese Außenhandelsüberschüsse, die wir heute haben. Also es ist auch ein wunderbarer politischer Ansatz, jetzt mal ranzugehen und zu sagen, Freunde, es ist gar nicht erlaubt, was wir hier tun. Diese Außenhandelssalten, da habe ich den Eindruck, zu Stützes Lebzeiten war man dann auch irgendwo noch intelligenter unterwegs. Also diese Schatten, die ich da in der Einleitung beschrieben habe, die werden immer größer, die drücken scheinbar immer mehr aufs Denken und solche Leute wie der Herr Sinn, die erst den deutschen Arbeitnehmer eingeredet haben, dass er zu teuer ist und dann jetzt entdecken sie die Target-Salten, die sie selber herbeigeschrieben haben. Also unglaublich. Jetzt kann ich da mal auch etwas in den Nahbereich sehr konkret. Export besteuern führt am Ende dazu, dass der Export abnimmt und wenn wir es richtig machen, sogar auch mal zu einem ausgeglichenen Handelsbilanzsaldo führen kann oder sogar ein negatives, was Flassbeck ja auch fordert. Momentan haben wir durch den Exportüberschüsse, Zufluss von Zahlungsmitteln, Geldvermögensbildung im Inland, Verschuldung des Auslandes. Wir stellen die Verschuldung des Auslandes in Frage. Es kommt dazu, hast du vorher noch einmal ausgeführt, am Ende muss zur Geldvermögenserhaltung das Inland, sprich der deutsche Staat, die die Staatsschulden übernehmen. Und bevor das gesagt hast, war, dann wäre es doch gleich besser gewesen, wir hätten die Schulden hier gemacht und hätten dafür etwas gebaut. Und jetzt komme ich konkret. Dann sind doch diese Projekte, wie wir sie gerade in den Medien hochgekocht werden, sowie ein Schönefeldflughafen in Berlin oder der Stuttgarter Hauptbahnhof, doch eigentlich recht gut geeignet, den Exportwegfall, der ja hier auch Arbeit und Einkommen verursacht, dadurch zu ersetzen. Denn wenn wir am Ende sowieso die Geldvermögensbildung noch nicht durchbrechen können, kurzfristig, sondern nur mittel- und langfristig, dann sollten wir doch wenigstens schauen, dass wir dann solche Art Projekte aufsetzen. Und ich muss sagen, ich selber habe gar keine Bauchschmerzen damit, dass das am Ende doppelt oder zweieinhalb mal so teuer geworden ist. Aber wir haben einen schönen Bahnhof. Ja, als zweitbeste, also alles, ich sage, alles ist besser als Krieg. Der Klassiker in dieser Situation, um ganz klar festzahlen, ist der Krieg. Und wir sehen schon, dass irgendwo Kriege überall auf einmal auftauchen, wo wir ja immer eigentlich, Deutschland ja pazifistisch war nach dem Krieg und dann fangen die Grünen an und bombardieren das Kosovo und dann kracht es dort und dann kracht es dort und aus Terroristen werden Rebellen und die müssen wir unterstützen. Und es läuft ja schon viel in diese Richtung Krieg auch. Und ich denke, das müssen wir auch in dem wirtschaftlichen Kontext sehen. Und das ist die Hauptgeschichte, dass wir einen neuen Krieg verhindern, der Netto-Investitionen schafft. Wir müssen Krieg verhindern und dann ist es mir natürlich lieber, es wird ein Bahnhof gebaut. Aber viel besser ist es natürlich, wenn wir die Fehlallokation vermeiden, wenn wir also sagen, okay, wir machen aus, wir machen, wir bringen den Privaten dazu, dass er quasi selber mit geringem Risiko investiert, unternehmerisch tätig ist in seinem Land, dass wir hier eine Kreislaufwirtschaft schaffen, dass wir hier eine richtig gute, beste Bedingung schaffen in diesem Land. Und wenn es nicht anders geht, dann soll es der Staat machen. Aber eine Alternative ist natürlich dann auch zu überlegen, wenn wir so eine Unternachfragesituation haben, ob wir dann nicht doch lieber einen Teil ins Grundeinkommen geben, um, wenn der Bürger schon nicht investieren will, dann soll er halt konsumieren. Vielleicht gibt es ja auch genug Leute, die da durchaus auch noch Bedarf hätten. Das hat jetzt mit der Sache zwar jetzt nicht ganz zu tun, aber indirekt dann doch wieder. Es wurde jetzt mehrfach die Schwaben angesprochen und ich bin einer davon mit diesem Bahnhof. Die Schwaben wollen einen Bahnhof, der kostet irgendwo 400 Millionen, das nennt sich dann K21, also das bestehende optimieren. Und diese Lobbyisten, die wollen ein Immobilienprojekt, dass diese Immobilien dann in Privathand wandern. Und die Bahn, das Land und die Stadt Stuttgart finanzieren das über Schulden. Und der Rechnungshof hat bei 5,8 Milliarden errechnet, dass dieses Tunnel, der Tunnelbahnhof eine, Moment, eine negative Kapitalverzinsung hat. Und 5,8 ist ja noch nicht, 5,8 Milliarden sind noch nicht das Ende der Fernstange. Also den Schwaben geht es darum, sie wollen keine negative Kapitalrendite. A und B, sie wollen, wenn dann, Verschuldung für was Sinnvolles. Ja, also ich mache ja auch mal nur zu Scherz, die schwäbische Hausfrau, das ist natürlich ein Bild, was mittlerweile irgendwo dafür steht. Das ist also Sachsen und Schwaben, also ist sowieso so ein Volk von Tüftlern, die sich sehr ähnlich sind. Also von meiner Seite her, das bitte nicht falsch verstehen, das ist also kein Schwabenbashing, wenn ich mal einen Scherz mal über die schwäbische Hausfrau, das ist ein Bild. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Und zu dem Thema ist es natürlich so, dass ein Großteil der Sparer natürlich nicht weiß, dass die Schuldner quasi aus sind, dass wir also dringend Schulden eigentlich brauchen würden, sondern die Diskussion läuft ja, dass wir die Staatsschulden abschalten wollen und über das private Sparen wollen wir nicht reden. Und deswegen haben wir diese Exportüberschüsse, weil uns das genau das ermöglicht. Und unsere kognitiven Dissonanzen quasi hier zu pflegen. Und das ist halt die spannende Diskussion, wie man eben jetzt, es gibt ja von mir diesen Aufruf zu einer gesellschaftlichen Diskussion, dass wir eine Diskussion führen, wie wollen wir sparen? Wo wir mal ganz nüchtern reingehen in diese Geschichte, mal feststellen, dass eigentlich die solventen Privatschuldner jetzt aus sind. Und dann müssen wir einfach darüber reden, wie wir damit umgehen. Und diese Diskussion gibt es ja nicht. Es wird ja weiterhin von 99 Prozent der Menschen eben der Zusammenhang überhaupt nicht gesehen. Und das ist ja das Problem. Also das wäre auch ein Ansatz irgendwie, vielleicht nicht unbedingt für die Piraten, aber für irgendwelche Aktionen, wie wir irgendwo den Menschen natürlich erstmal diesen Grundzusammenhang nahe bringen und überhaupt unsere, und das wäre natürlich die Aufgabe der Ökonomen, deswegen bin ich so garstig mit denen, weil das wäre natürlich denen ihre Aufgabe, mal dem Bürger zu erklären, passt auf, ein Staatshaushalt funktioniert anders und unsere makroökonomische Situation, hier ist die Buchhaltung, wir haben keine Nettoinvestitionen mehr, wir sind in größten Schwierigkeiten, lasst uns mal drüber reden. Und genau das machen die Volkswirte nicht und deswegen bin ich mittlerweile auch so bissig und gehässig mit meinen Postings, um die Leute auch zu provozieren, dass sie endlich mal, also das ist jetzt so quasi von mir auch so der Ansatz. Das Thema Schuldenbremse, Jörg, hast du ja schon mehrfach angesprochen und das ist auch eins, was mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt, weil du sagtest gerade eben so im Nebensatz, naja, das ist vielleicht nicht unbedingt die Aufgabe der Piraten, diese Zusammenhänge zu erklären, sondern das sollte mehr vielleicht im Bereich der Wissenschaftler oder der Volkswirtschaftler oder so gehen, sondern da würde ich sogar widersprechen. Denn ich bin der Meinung, wir sind ja nun mal eine politische Partei und wenn wir die Erkenntnis haben, dass die Schuldenbremse absolut falsch ist, volkswirtschaftlich falsch ist, was dort passiert, dann sollten wir damit auch nach draußen treten. Und damit sind wir natürlich dann auch sofort gegen alle anderen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Sogar die Linke hat, jetzt habe ich gerade gelesen, in Sachsen dafür gestimmt, die Schuldenbremse gesetzlich festzuschreiben. Und wenn wir als Piraten eben mit dem Thema Schuldenbremse nach vorne gehen und über diesen Weg dann die Problematik oder das Thema Seidenmechanik, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in die öffentliche Diskussion bringen, dann wäre das meiner Meinung nach der einzig richtige Weg, denn nur mit den Sachzusammenhängen zu kommen, das glaube ich bringt nichts. Wir müssen politisch agieren und das wäre einfach die Forderung, die Schuldenbremse wieder abzuschaffen. Die Frage ist halt, was man uns abnimmt. Also aus meiner Sicht sollten wir schon auch versuchen, die Volkswirte zu stellen. Die machen das ja deswegen auch nicht, weil es nicht populär ist. Und gerade wenn du das Thema Sachsen ansprichst, ich kenne die Antje Hermenau, die ist Haushaltspolitikerin ja auch gewesen im Bundestag und wir haben schon manchen Schwarz zusammen gehabt und ich habe schon mehrfach versucht, ihr das zu erklären und dass sie sich da jetzt auch für diesen Wahnsinn der sächsischen Schuldenbremse mit einspannen lässt. Und ich denke, das hat ganz schwer damit zu tun, dass die Menschen einfach alle denken, dass der Staatshaushalt funktioniert wie ein Einzelhaushalt. Niemand traut sich, die Menschen aufzuklären und deswegen trauen sich auch die Politiker, selbst denen man das vielleicht mal erklärt hat, das nicht den Menschen zu sagen, weil die dann quasi nicht gewählt werden. Und ich habe meine großen Zweifel, ob man mit dem Thema, die Deutschen sparen zu viel Geld, in irgendeiner Form die Chancen der Beratung erhöhen kann, in den Deutschen Bundestag zu kommen. Naja, also ich antworte nur noch einmal kurz, dann bin ich auch fertig. Halte ich im Moment auch nicht für so ganz so wichtig. Ob wir nur dieses Jahr reinkommen oder in vier Jahren, ist erstmal meiner persönlichen Sicht nicht entscheidend. Entscheidend ist für mich, dafür zu sorgen, dass eben nicht das passiert, was du in Lebensätzen angedeutet hast, dass es eventuell mal zu kriegs- oder zu kriegsähnlichen Zuständen wiederkommt in Europa. Und da sollte man alles dagegen tun. Und wenn das ein Weg wäre, das zu verhindern, eben die Menschen aufzuklären und sei es nur als politische Partei gegen etwas, was im Mainstream sich durchgesetzt hat, zu opportunieren, dann halte ich das schon für einen vernünftigen Weg. Das ist natürlich auch ein Anspruch, den wir an uns selber haben, hier aufklärerisch tätig zu sein und als Breitband-Anti-Idiotikum gegen Fehleinstellungen vorzugehen, die hier zu Kriegstendenzen führen werden. Gut, dann übergebe ich an Paul. Ja, ich möchte einfach mal einsetzen und eine konkrete Frage stellen bezüglich der Zeitdauer aus deiner persönlichen Sicht. Wann du meinst, dass unser System, wenn wir es so weitermachen wie jetzt, ja, und das ist ja dann eben eine Guthaben-Krise, so kann man es ja dann auch aussehen, wirklich an die Grenze stößt und wo es dann eben zu sehr ernsthaften, ja, wenn auch kriegerischen Konflikten kommt, die ja bis jetzt noch vermieden wird, siehst du da auch einen Zeitraum, der also jetzt in den nächsten drei Jahren oder vier Jahren wirken werden kann? Oder sagst du, nee, das wird einen höheren Zeitraum in Anspruch nehmen, da jetzt da doch vielleicht einige Gegenmaßnahmen, ESM oder wie sie auch immer heißen mögen, da doch wirken? Und solche großen Konflikte, die werden also über vier, fünf Jahre und darüber dauern, bis die dann Wirklichkeit werden. Also ich habe es ja im Einleitung schon gesagt, wir haben einen Schatten, wir verdrängen was, das ist die Guthaben-Krise und der Zusammenhang mit den Schulden. Und wir haben etwas gemacht, nämlich versucht, diesen Schatten zu verdrängen über die Schuldenbremse. Und je nachdem, wie verrückt wir sind, das umzusetzen, also genau den falschen Weg, statt zu sagen, wir integrieren die Schulden, der Weg heißt Monetative, wir integrieren den Schatten und die Schulden, haben wir uns entschlossen, die Verdrängung noch zu steigern. Und wir haben diese Schuldenbremse ja quasi durchgezogen in den südlichen Ländern Südeuropas. Und da sind ja quasi schon bürgerkriegsreife Gebiete entstanden. Also dort kann es ja jeden Tag passieren, dass irgendwo mit, was habe ich heute gelesen, über 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, dass da irgendwie sehe ich schon die Drohnen fliegen. Also die Sache ist quasi ja schon kurz vor der Eskalation. Und wir sind ja jetzt auch schon in Deutschland. Wir merken jetzt, unsere Exporte gehen zurück. Und damit werden auch die Steuereinnahmen wieder sinken. Und wenn wir jetzt so verrückt sind, in Deutschland diese Schuldenbremse vielleicht noch umzusetzen, dann geht es relativ schnell in die Eskalation. Und das muss man ja Merkel zugutehalten, dass sie ja quasi schon Krieg gegen Autos geführt hat 2009. Die hat also ganz erfolgreich Krieg geführt in Deutschland gegen Pkw. Das ist für einen Ossi, der 20 Jahre auf dem Auto warten musste, dass man da neun Jahre alte Westautos, die hätten wir noch 50 Jahre gefahren und hingepäppelt. Also wenn das zehn Jahre eher passiert wäre, hätten wir uns an unseren Staatsbürgerkundeunterricht erinnert und hätten mehr Fragen gestellt zur Wiedervereinigung. Also dort hat man ja sehr schnell auf die deflationären Tendenzen reagiert in Deutschland, hat also ganz schnell Nachfrage geschaffen, auf eine grenzwertige Art, keine Frage. Aber wenn man jetzt so verrückt ist, die großen Volkswirtschaften, Deutschland, Amerika, wo man ja auch jetzt eigentlich das Problem erkannt hat und das Thema über das Thema Klippe diskutiert, wo man nicht weiß, drehen die Republikaner mal durch, kommt es wirklich zu der Situation, dass man, ohne dass man eine Guthabenbremse hat, eine Schuldenbremse durchzieht, dann geht es sehr schnell in die Eskalation. Umgekehrt haben die Ereignisse gezeigt. 2008 hat Martin im Gelben Forum dreimal Game Over ausgerufen und die Amerikaner haben uns gerettet. Die haben so viel Nachfrage auf Verschuldung gemacht, dass er uns das gerettet hat. Ja genau, da wollte ich nochmal ganz kurz einhaken. Marshallplan, das ist ja so eine Geschichte gewesen und so. Wärst du zum Beispiel dafür, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ein Privatmann, wie du es ja auch bist, der ja auch da investiert, der dann sagt, okay, liebe Leute oder Bank und so weiter, gib mir mal eine Million Euro und ich baue euch dafür Brunnen, auch in, was weiß ich, in Griechenland oder in Afrika und so weiter, da wo es angebracht wird und so weiter. Und dafür brauche ich sehr wenig oder überhaupt gar keinen Zins zu bezahlen, wie das ja auch früher in Deutschland gewesen ist mit dem sozialen Wohnungsbau und so weiter. Sodass man sagen kann, man sollte den Privatbürgern mehr Möglichkeiten geben, die also auch dann solide und auch dann eben auch das nachweisen können, dass sie dann eben solide da investiert haben. Die Freiheit geben, über Gelder zu verfügen, die man im Ausland investieren kann. Also das wäre ja eine Sachwertinvestition. Konntest du das nachvollziehen, dass man da sagt, ja, dafür sollten wir Gelder freigeben, die vielleicht ein Ranking geben, um zu sagen, okay, du kriegst dann Gelder, die ganz wenig oder überhaupt gar nicht verzinst werden? Ja, nochmal, alles ist besser als Krieg und Staatsinvestitionen sind besser in irgendwas Gescheites, sind besser als irgendwelche Exportüberschüsse. Das ist quasi für mich die zweitbeste Lösung. Und die allerbeste Lösung ist, dass der Staat nicht in der Investitionstätigkeit über die Monetative hinaus drin rumfummelt. Ich denke, wenn wir die Bedingungen schaffen, dass wir sagen, passt auf. Erstens, Punkt eins, es gibt kein Zinsen mehr für risikolose Geldanlage. Also die Monetative schafft die Bedingung, Sparzins ist null und zwar nicht nur jetzt, sondern ist erwartbar für die nächsten 100 Jahre null. Dann ist doch für mich als Privater klar, bei der kleinsten Rendite, die halbwegs sicher ist, dann investiere ich da rein. Da brauche ich aber auch keinen Staat dazu, weil die Fehlallokation, dass der Staat irgendwo in den Märkten drin rumfummelt, der bringt heute eigentlich eher Risikoaufschläge. Also ich bin ja seit 20 Jahren in dem Bereich thermische Solaranlagen tätig und das ist so ein ständiger Fördermittel Hickhack. Und das ist mehr Marktbehinderung als Marktförderung. Das bringt nur Unsicherheit rein. Also wenn wir über eine monetative gesamtwirtschaftliche Stabilität und Nullzins erzeugen, dann werden die Privaten intelligent genug sein, dort in reale Dinge zu investieren. Da braucht es den Staat darüber hinaus nicht. Also der Staat soll gesamtwirtschaftlich stabile Verhältnisse erzeugen und möglichst nicht in den einzelwirtschaftlichen Wettbewerb eingreifen, bis auf diese Marktstörungen, die wir zum Beispiel im Arbeitsmarkt haben und das können wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen lösen. Was wir aus den anderen Sachen finanzieren, dass wir sagen, wir besteuern die Konzentrationsprozesse, wir besteuern übermäßigen Naturverbrauch. Dann ergeben sich ja automatisch auch die Investitionen in Investitionsgüter, in neue Produkte und Dienstleistungen, die mit weniger Naturverbrauch auskommen. Aber dass wir den Staat auf diese Steuern über Steuern Funktionen reduzieren und immer wenn der Staat über Ausgaben, Förderprogramme, Regularien irgendwas steuern will, dann geht das ja regelmäßig nach hinten los und da ist der Flughafen und der Bahnhof ein wunderschönes Beispiel. Ich fühle mich ein bisschen unwohl, weil die gesamte Gesellschaft ist hier Makroökonomen, kann man sagen, während ich die Geschichte mehr auf mikroökonomischer Ebene sehe. Auch nehmen wir als Beispiel das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Das ist ein absoluter Blödsinn. dass es damals im Gesetz 67, 68 geschrieben worden ist, macht es nicht richtiger. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass unterentwickelte Landstriche im Ausland, die dringend digital brauchen und sozusagen per Definition ein Außenhandelsdefizit haben, denn eine Fabrik zu bauen, das bedeutet, dass man im Grunde genommen mehr investiert als das vier- oder fünffache das, was rauskommt, dass das gar nicht stattfinden kann. Unser Problem, dann der nächste Punkt mit dieser Guthabenskrise. Ich halte den Begriff eigentlich für falsch. Wir haben es hier zu tun mit schlicht und ergreifend mit einer Feige der Politiker, die nicht klar Text sagen können, das und das halten wir für richtig. Dafür wollen wir die und die steuernden Gebühren haben und ihr Volk entscheidet, ob das euch wert ist. Stattdessen wird eine Wohltat auf die anderen aufgetürmt, ja. Blödsinn, wie zum Beispiel das europäische Betreuungspauschale bis zu sinnvoll und es wird nicht gegenfinanziert. Es besteht kein Grund, warum der Staatsaushalt nicht über Steuern und Gebühren finanziert wird. In dem Moment sinkt sowieso das Guthaben der Leute, denn die Gegenseite wäre, dass die Leute wild entschlossen sind, ein bestimmtes Volumen absolut vom Einkommen auf die hohe Kante zu legen und wenn der Staat ihnen einen Teil des Einkommens wegnimmt, dass sie dann sozusagen nicht die Ersparnisse zurückfahren, sondern ihren Konsum zurückfahren, ja. Und ich halte diese ganze makroökonomische Betrachtung eigentlich für falsch. Die Bundesrepublik ist aus dem Dreck rausgekommen, nicht durch makroökonomische Maßnahmen, sondern durch die Einzelunternehmen und die einzelnen Gewerkschaften, ja. Also ich sehe immer noch keine Guthabenkrise, ja. Und ich sehe zwar sehr viele Ansatzpunkte für eine Monetative, das ist schon richtig so, ja. Aber das hat mehr zu tun mit einer anderen Diskussion, wie Geld macht und wer ist schnell an den Töpfen. Und da hat schon von Mises geschrieben, wer zuerst an den Geldtöpfen ist, der profitiert. Und die anderen, die die Geldentwertung sozusagen am Ende der Kette erleiden müssen, die sind die Benachteiligten. Also das nur zum Abschluss von mein etwas, mein leichtes Unwohlsein. Danke. Ja, das ist sicherlich ja die Mehrheitsmeinung, die du hier auch vertrittst. Und ich traue mir halt zu, das über diese Formel zu belegen, also über den Blick in die Buchhaltung, nämlich den Nettoinvestitionsbedarf, der sich ja, findest du ja auch auf meiner Webseite oder auch in meinem Video, dass also die entscheidende Größe ist, dass dieser Nettoinvestitionsbedarf, der 1970 bei 17% gelegen hat, wo also der Kapitalismus nach dieser Formel wunderbar funktioniert hat und dass er eben heute nicht mehr funktioniert ohne Staatsverschuldung, weil ohne Staatsverschuldung würden die Unternehmen heute keine Gewinne mehr machen. Und wenn die Unternehmen nichts mehr verdienen, dann stellen es die Leute aus. So einfach ist es, wenn ich nichts mehr meine Entscheidung als böser Unternehmer, dann dreht mir nämlich die Bank den Saft ab, ganz zurecht, weil die sagt, du bist nicht kapitaldienstfähig. Und das ist dann so. Also das liegt auch nicht unbedingt in der Entscheidungsgewalt des Unternehmers, dass wenn die Unternehmen haben bei dem heutigen Nettoinvestitionsraten und bei der Geldsparquote der Deutschen keine Möglichkeit mehr, gesamtwirtschaftlichen Gewinn zu machen, dass sich das als einzelwirtschaftlichen Betrachtungen nicht erschließt, dass man dazu diese gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen anstellen muss. Das ist natürlich klar. Und dass sich die Volkswirtschaft weigert, diese gesamtwirtschaftlichen Betrachtungen in der Breite zu kommunizieren, auch die Fakten aus der Buchhaltung überhaupt nur erstmal zur Kenntnis zu nehmen, ist für mich das Kern des Problems. Dass deine Sicht der Dinge natürlich Mehrheitsmeinung ist, ist auch bekannt. Also das mit den Nettoinvestitionen ist global, kann nicht richtig sein. Wir haben einen gewaltigen Teil der Menschheit von der Sowjetunion bis China und Indien, die sich dem kapitalistischen Prozess, ob man ihn mag oder nicht, öffnen. Und gewaltige Investitionen braucht, sowohl in der Infrastruktur als auch bei den einzelnen Unternehmen. Und die Nettoinvestitionen finden nun mal in den sozusagen in den, wie nennt man das, die Emerging Markets, glaube ich, heißt es so, also in diesen aufkommenden Volkswirtschaften. Und ich glaube nicht, dass die weltweite Nettoinvestition zurückgeht, sondern im Gegenteil. Die muss von der Logik her enorm steigen. Der Außenhandelsüberschuss Deutschlands basiert primär auf zwei Faktoren. Wir produzieren sozusagen die Konsumgüter, die sehr prestigeträchtig sind für die aufkommenden Mittelschichten in diesen Ländern, Indien bis Brasilien und China. Und zweitens produzieren wir die Investitionsgüter, die diese Länder für ihre Industrialisierung und zum Aufbau ihrer Infrastruktur benötigen. Der einziger Grund, warum wir einen Außenhandelsüberschuss haben, dass dieser Aufbau von Export keine Zunahme des inländischen Konsums steht. Dieser Konsum entsteht auch deswegen nicht, weil wir durch die mehr oder minder Teilzerschlagung des Rentensystems den einzelnen Bürger mehr oder minder aufzwingen, für sein Alter vorzusorgen. Und dadurch entsteht in der Tat eine gewisse Krise. Einer der Wege davon wäre zum Beispiel, den Generationenvertrag wieder auf solide einzustellen, sodass einer eigentlich nicht sparen muss, zumindest als Arbeitnehmer. Wir haben da völlig einen Konsens, gerade zu dieser Rentengeschichte. Also da sind wir uns absolut einig. Es ist nur so, diese Exportüberschüsse sind die Verschuldung des Auslands und die treiben in den Ländern erstmal die Verschuldung hoch. Nämlich es ist ja in den Ländern so, dass quasi die Importüberschüsse eins zu eins die Staatsverschuldung erhöhen in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung. Das ist nun mal die Seitenmechanik. Und wenn wir eben jetzt sagen würden, die Leute, die von den Exportüberschüssen profitieren, die haften auch dafür, für diese Verschuldung des Auslands. Und die stehen auch dafür ein, wenn diese Kredite dann platzen. Dann wäre ja alles gut. Aber wir vergesellschaften ja das Risiko aus diesen Exportüberschüssen. Das findet im Moment im Wesentlichen über dieses ominöse Target-Saldo ab. Aber da beklagen wir halt auch wieder die Erscheinungsform, nämlich das Target-Saldo. Sinn entdeckt das Target-Saldo, was er selber mit herbeigeschrieben hat und schreit Alarm und weist auf die Erscheinungsform. Und wir dringen eben nicht vor bis zur Ursache der Sachen. Und wenn es also so wäre, dass deutsche Privatinvestoren sagen, wir möchten im Ausland investieren, dann bin ich der Letzte, der da was dagegen hat. Aber wogegen ich was habe, ist, dass wir diese Risiken vergesellschaften. Da bin ich vollkommen deine Meinung. Aber das analytische Instrumentarium, das du da anwendest, halte ich nicht für richtig. Das ist nicht das, was der Wolfgang Stützel gemeint hat. Der hat nichts anderes gemeint, als man triviale Wirtschaftsbeziehungen nicht aus den Augen verlassen darf. Die Diskussion bisher fand ich sehr spannend. Meine Frage geht in die Richtung, zu gucken unterhalb der Saldenmechanik. Es ist allbekannt, dass Bilanzen angeschaut werden. Und in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hat man die Zahlungsbilanz, die sich wiederum aufgliedert in die Leistungsbilanz, Kapitalbilanz, Vermögensübertragung und Devisenbilanz. Meine Frage geht, wieso kann die Leistungsbilanz einen Überschuss aufweisen? Woher kommt das? Weil meines Wissens sind Bilanzen per se, per Definition immer ausgeglichen. Ja, also natürlich kann das, das ist ausgeglichen. Unser Exportüberschuss ist der Importüberschuss der Importländer. Also sprich, diesem Exportüberschuss steht dann eine Forderung gegen diese Länder effektiv gegenüber, entweder von inländischen Privaten oder eben, wie wir es jetzt haben, als vergesellschaftetes Risiko der Bundesbank. Also diese Gegenbuchung, die findet sehr wohl statt und das ist im Moment im Wesentlichen das Target-Saldo. Ich bin auf die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung gegangen. Dort wird die Leistungsbilanz definiert und dort wird eindeutig gesagt, dass es möglich ist, dass die Leistungsbilanz an sich einen Überschuss ausweisen kann. Das wäre ja nach Ihrer Meinung nicht möglich. Eines Landes, also die Leistungsbilanz der Welt, solange wir nicht mit den Außerirdischen in Kontakt, in Handelsbeziehungen treten, was ich ja auch noch als manchmal denke, dass man das vermutet, dass man das irgendwann noch schafft oder uns eine Insel machen, wo wir alles abkippen und gegen die wir dann die Schulden buchen, dass ein Land natürlich Überschüsse haben kann. Leistungsbilanzüberschüsse ist ja logisch. Das sind die Leistungsbilanzunterschüsse der anderen Länder. Also man muss den Bezugsrahmen sehen. Also die Welt kann nicht, bis wir die Außerirdischen kontaktieren, kann die Welt keine Überschüsse haben, aber ein Land natürlich. Das sind dann die Unterschüsse des anderen Lands. Das heißt, es gibt Ausnahmen. Nicht jede Bilanz muss ausgeglichen sein, so wie es in der BWL gelehrt wird. So ausgeglichen mit was? Also sprich, es steht, wir haben auf der einen Seite eben dann eine Forderung zum Beispiel stehen. Also die Bilanzen sind schon ausgeglichen. Aber das schließende sich, also diese Verknüpfung, die du herstellst, dass also die Sachen eben zusammen sein müssen, dass du ziehst hier Schlüsse, die einfach so nicht richtig sind. Okay, in Ordnung. Ich werde mich dann persönlich nochmal melden. Danke. Als Anmerkung, also wir haben 200 Nationen etwa. Davon könnten meinetwegen fünf Gewinne machen und 195 Verluste. Damit ist die Bilanz dann wieder ausgeglichen. Das meint Jörg gerade. Tendenziell. Und so läuft das. Aber die fünf Länder könnten eben sehr, sehr deutliche Überschüsse da produzieren. So sieht das aus. Ja, ich wollte eigentlich in diesem Disput zwischen Schulim und Jörg nochmal ganz kurz reflektieren. Ich denke, bis zu einem gewissen Maße argumentiert ihr einander vorbei. Teilweise ist es so, dass Schulim richtig liegt. Das große Teil der Welt integriert worden sind in die Weltwirtschaft und dass dort ein riesiger Nettoinvestitionsbedarf herrscht und auch getätigt wird. Und davon profitiert die deutsche Exportwirtschaft. Wir haben es ja sogar geschafft, in den letzten sechs Monaten einen Leistungsbilanzüberschuss mit China zu erreichen. Und ich frage hier in die Runde, welches Land auf der Welt hat einen Leistungsbilanzüberschuss mit China? Würde man keine finden oder glaube ich jedenfalls nicht. Auf der anderen Seite hat aber auch der Jörg recht, dass die Basis für den deutschen Erfolg der europäische Euroraum ist und dass dort das wirkt, was er beschrieben hat. Diese Verschuldung der Südländer und dass es über die Tagezeiten ausgeglichen wird. Das lässt das Spiel auf einer größeren Ebene dann reflektieren. Dass nämlich hier strategische Konstellationen wirken. Deutschland ist in eine alte Position wieder hineingerückt nach dem Fall der Mauer, die es teilweise auch schon vor dem zweiten Weltkrieg gehabt hat. Nämlich der industrielle Kern Europas zu sein. Und es hat profitiert von den Wertschöpfungsketten in Ostmitteleuropa, die nicht in einem Euro integriert waren mit Tiefslöhnen. Also praktisch die Vorhöfe. Und die westeuropäischen Staaten haben als Absatzmärkte für den Degressionsvorteil unserer Firmen gewirkt. Die Skalenerträge ermöglicht haben, dass wir auf den Weltmärkten Wettbewerbsfähig waren. Und dazu kommt noch die hohe Spezialisierung der deutschen Mittelstandsunternehmen, diese Hidden Champions. Die sind natürlich nicht von Skalenerträgen, sondern von Spezialisierungserfolgen geprägt, deren Erfolge. Das bedeutet, dass Deutschland bis zum gewissen Maße nicht solidarisch mit Europa agiert, sondern egoistisch. Und für England trifft es in einem anderen Sinne genauso zu. Bei denen sind es die Finanzprodukte und bei Deutschland ist es die Exportwirtschaft. Das ist ein ganz zentrales Problem, das wir gegenwärtig feststellen müssen und auch Frau Merkel hat seit der Münchner Sicherheitskonferenz einen Vorschlag mit den Amerikanern unterbreitet, eine nordamerikanische Freihandelszone zu machen. Sie hat in Davos wenige Wochen vorher ganz klar gesagt, was sie will in Europa. Sie will den Druck aufrechterhalten auf die anderen Länder, dass diese nach deutschem Vorbild Agenda 2010 usw. umgestaltet werden sollen und ganz Europa einem Wettbewerbsprinzip unterworfen werden sollen. Zusammen mit der EU-Kommission als ihr Bündnispartner. Beide Entwicklungen muss die Piratenpartei ganz kritisch reflektieren und thematisieren nach meiner Meinung. Und dazu kommen noch die Spannungen, die wir vorhin nicht vertieft diskutiert haben auf dem weltweiten Finanzsystem mit den Wechselkursen und den dortigen Problemen. Das alles wirkt zusammen, um überhaupt mal eine Einordnung vornehmen zu können. Insofern ist die Diskussion Schulim und Jörg teilweise aneinander vorbeigeführt, weil sie verschiedene Zeiträume und verschiedene geografische Räume irgendwie betrifft. Ich wollte da bloß versuchen, da vielleicht einen Zusammenhang herzustellen. Ich denke, ein wichtiger Gedanke ist natürlich auch nochmal zu sehen, China müsste man beraten, auch bezüglich Altersvorsorge. Die haben 50 Prozent Sparquote teilweise. Also sprich, der Vorstellung, dass die Chinesen quasi die Sparüberschüsse der westlichen Welt auflegen, die ist genau andersrum. Sondern die Chinesen brauchen für ihre gigantische Sparquote und für die Abschreibungen, die sie demnächst aus ihren gigantischen Investitionen haben werden, die werden eher ein Belastungsfaktor werden. Und da wir eben große Industrienationen haben, die sich schon am Rande oder in der Deflation befinden oder am Rande einer Weltwirtschaftskrise wie Amerika, die ja auch Riesenprobleme haben, sehe ich also überhaupt nicht, dass wir global hier Ausgleichsfaktoren haben. Und das ist tatsächlich, so wie du es auch beschreibst, der Wahnsinn an der Merkelschen Politik, dass die immer so tut, als würden demnächst noch außerirdische auftauchen, die mit uns Schulden machen können. Wir haben diese Leute nicht. Und wenn wir in die Buchhaltung schauen würden und nicht überlegen würden, was wir denn fühlen und glauben, weil in der Welt investiert wird, wie die Sachen sind. Wenn wir uns sagen, wir schauen uns mal die Buchhaltung an, schauen uns mal die chinesischen Zahlen an, schauen uns mal ihre gigantischen Sparquoten an, schauen mal in die Realität und fabulieren nicht über Gefühle, dann sieht die Sache ganz gruselig aus. Und dann sehen wir auch, wie ernst diese Krise ist und wie schlimm die werden wird, wenn wir jetzt noch ein Wettbewerb der Nation anheizen. Und ich denke, dass der Heiner Flassbeck da eine sehr gute Adresse ist, der auch sehr viel dazu bringt zu diesem Thema. Ich sehe bei ihm nur, ich sehe keinen Weg, wie er davon ausgeht, dass er die deutschen Unternehmer in Zukunft stärker verschulden kann. Dazu sehe ich nicht den Ansatz nicht. Also da müsste man ganz andere Wege noch gehen. Mit höheren Körperschaftssteuersätzen ist das nicht zu machen. Damit werden eher die Investitionen einbrechen und eher das Geldvermögenssaldo der deutschen Unternehmen eher in die falsche Richtung gehen. Und das ist eigentlich das Thema, dass wir dann wieder erpressbar sind. Und deswegen brauchen wir die Monetative, damit wir nicht mehr erpressbar sind, dass die Monetative als unabhängige Staatsgewalt unsere binnenwirtschaftliche und außenwirtschaftliche Stabilität darstellt, damit wir nicht mehr erpressbar sind. Wenn wir nicht mehr erpressbar sind, können wir vernünftige Politik machen. Jörg, ich sage immer, die Demokratie, die durch die französische und amerikanische Revolution ihren Ausgang genommen hat, ist unvollendet geblieben in dem Bereich des Geldsystems. Dort muss praktisch die Gewaltenteilung erweitert werden, um ein Element, damit wir in einer Zukunft anders leben können, als dieses Geldsystem uns zurzeit aufzwingt. Ganz genau. Ich habe eine Aufforderung an Jörg. Kommenden Donnerstag kommt der Herr Woschniewski mit dem Thema Meudalismus, wo es ja auch im Schwerpunkt um interne Verwerfungen innerhalb einer Volkswirtschaft Reiche werden reicher, Arme werden zahlreicher geht. Meine Aufforderung ist, es wäre schön, wenn du auf deinem Blog hierfür eine Werbung einstellen tätest. Und das Zweite ist, und wenn du nächsten Donnerstag als Zuhörer dabei bist, das wäre eine tolle Sache. Ansonsten danke. Ja, Axel, also mit der Werbung, das kann ich versprechen. Ein guter Zuhörer bin ich nicht, aber eventuell mache ich es möglich. Du darfst auch Fragen stellen, Jörg. Ja, dann möchte ich von meiner Seite auch nochmal dem Jörg herzlich danken dafür, dass er sich der Podiumsdiskussion gestellt hat. Ich bin der Meinung, wir haben viele Punkte diskutieren können, hoffentlich auch in ein paar Klarheit reingebracht und Gegenpositionen herauskristallisieren, zwischen Einzelwahrnehmung und Gesamtwahrnehmung. Dass wir auch in der Lage sind, den Schatten wahrzunehmen, der da ist. Und vor allem, dass wir auch wahrnehmen, dass wir in der Situation, in der Geschichte, wo diese Tendenzen auch immer wieder aufgetreten sind, immer in massive Kriege dann hineingekommen sind. Und dass wir uns quasi wie mit der Situation 38 mit der Reichsbank kurz davor befinden, dass durch diese Schuldenbremse im Grundgesetz wir quasi in diese Problematik hineingetrieben werden. Und dass wir da eine ganz wichtige Funktion haben, aufzuklären, um hier gegen kriegerische Tendenzen vorzugehen. Und das war bisher die Lösung für diese Problematik. Ich hoffe, dass wir diesmal einen anderen Weg finden. Und das ist mein persönliches Mandat, das ich hier mitnehme, hier weiter auf diesen Weg zu gehen und möglichst viele Leute mit aufzuklären. An dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank an Jörg für die schöne Darstellung. Und jetzt öffne ich die Diskussion für den informellen Diskussionsteil. Danke an alle fürs Zuhören. Bis nächsten Donnerstag. Okay, ich danke auch nochmal allen. Ich bin noch da, wenn jetzt noch irgendwas ist. Und ansonsten auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Und es waren viele interessante Fragen und es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Danke. 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 Danke.